Hallo liebe Mutzis, ich habe gute Nachrichten für euch. Ich, also der Schuhe von Mutzenbecher, bin wieder auf Tournee mit einer komplett neuen Show. Sie heisst Zero. Und sie ist so gut, sie bräuchte keine Tryouts, aber wenn ich noch ein bisschen Kohle brauche, mache ich trotzdem ein paar. Es fängt am 20. September in der Dreieckbar in Frauenfeld. Wie heisst sie Dreieckbar, wie in Basel, aber in der Dreieckbar. Nein, es ist wirklich Dreieck. Dreieck, ja. Ja, frage den Turner, er kann es euch sagen. In der Dreieckbar in Frauenfeld. Dann gibt es ein Tryout in Herzogenbuchsi am 22. September im Kreuz. Ja, ist übrigens auch der Start von der Comedy-Mann-Natur, aber gehen auf Herzogenbuchsi. 5. Oktober, Kleinbühne in Chur. Dort haben wir ihn auch schon gesehen, das ist wirklich sehr lustig. Support Rolf Schmid. Support Rolf Schmid, auch das Buch draussen. Sehen Sie, als nächstes Buch, lesen. 6. Oktober, Zero Tryout in der Kantine in Bülach. Dann gibt es eine grosse Premiere, dann könnt ihr alle kommen. Es gibt gratis Getränke, Baschi. Im Theater von Toi in Basel. Nein, das ist Joel von Mutzebecher. Im Theater von Toi. Kommen Sie vorbei. Dort spielt ihr dann übrigens, einfach weil ihr sonst kein Programm habt, durch bis am 21. Oktober. Im LWB in Baden ist er am 27. Oktober. Am 16. November im Kulturzentrum. Höhlestein in Glarus. Das heisst Höhlestein. Höhlestein. So, ausgehölten Stein. Dann die Kulturfabrik Kofmal in Solothurn am 25. November. Dort habe ich auch mal gespielt. Und dann ist der Chris von Rohr einfach vor der Show hinterher gekommen und habe von meinem Catering gefressen. Ohne zu fragen. Er hat einfach Kinder gekriegt und hat sich bedient. Er hat einfach mein Catering weggefressen. Liebe Grüße auf Solothurn. Zero, im Portair in Luzern. Gibt es das zu sehen am 29. November. Dann im Hidden Harlequin. Wer kann es nicht? Im Zug am 30. November. Und liebe Grüße an Adul, wenn du dort bist. Theater am Café-Turm in Bern am 2. Dezember. Wer dann das Programm schon 20 Mal gesehen hat und sagt, das 21. Mal ist immer das beste Mal. Am 7. Dezember im Kiff in Aarau. 8. Februar Obere Mühle in Düberdorf. Das ist darum die Obermühle, weil man ist im ersten Stock. Dann 28. Februar in der Grabenhalle in St. Gallen. Ihr erratet schon warum. Weil man ist im Graben unten. Am 5. März, das ist ein Tag nach meinem Geburtstag, nachdem wir mir gratuliert haben, am nächsten Tag gehen wir ins Bernhard-Theater in Zürich. Schaut dort Zero am 8. März in Marabou in Gelderkind. Ja, das steht dort, wo der Basti her ist. So ist es. Und das Kulturzentrum Braui macht den grandiosen vorerst mal Abschluss von diesen Terminen, wo man weiss, am 21. März Braui hochdruft. Das ist der Geburtstag von Roman Kirchberger. Du hast deine Daten sehr gut gelegt. Kauft eure Tickets schon einfach mutzerbecher.ch Und jetzt geht's los mit dem Podcast und einem Gast, der keine Soloshan hat. Bald klasse. Okay, okay. Also auf eurer Lästere jetzt. Ach was. Jetzt kommen wir auf die ganze Szene ablästern. Wie findest du in Deutschland? Besser. Wirklich? Nein, also das Gelästere oder die Szene? Beides. Also das Gelästere ist immer sehr spannend, weil es läuft halt viel mehr. Ja, und man kann ja dann oft über die ganz grossen kann man dann lästern. Genau, da kann man Storys auch da, was er so abzieht mit seinen Groupies. Und vor allem, weil du... Wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Ah nein, jetzt meinst du den falsch. Okay. Der macht scheinbar nichts mit den Groupies. Das ist jetzt mega blöd für den Zuschauer. Aber weil du kommst halt wie neu und so unverbraucht in so eine Szene rein und du hast das Gefühl, alles ist mega lässig und dann merkst du so, okay, da hat es eine Groupierung, da hat es eine Groupierung und bei uns gibt es wie nicht genug Leute, dass auch wirklich der Gossip so richtig juicy ist. Haben wir ja juicy Gossip? Das finde ich eben angenommen. Ich kann das aber gern, dass es nicht so gross ist und es ist mehr Familien, natürlich auch disfunktional, aber ich habe mehr Familienvibes in der Schweiz und in Deutschland ist es dann so Blacklist. Beim einen Club gibt es eine Blacklist, wo die einen Millionen miteinander gebucht werden dürfen und solche Dinge. Ja, tatsächlich. Und du kommst dann halt... In Deutschland kommst du auch genug lang aus dem Weg. Also du kannst ja 20 Jahre spielen, ohne dass du dir jemals begegnest. Das ist ja so. Und ich meine, wir nehmen das jetzt auf kurz vor den Swiss Comedy Awards, wo du sicher alle gesehen hast. Ja, aber ich habe jetzt nicht mega das Gefühl, dass es so eine Family, also so eine Family-Vibe... Vielleicht du, weil du schon schuldig dabei bist. Ja. Wie lange bist du schon? 20, 30 Jahre? Ja, ich habe... Warte, jetzt... An meinem siebten Geburtstag habe ich angefangen und jetzt bin ich 57, also 40 Jahre. Mit wie alt hast du angefangen mit Stand-Up? Mit Stand-Up effektiv 25. Ah, tatsächlich? Okay. Was ich mega spät gefunden habe. Ja, es ist natürlich verhältnismässig für ein Stand-Uper ist es spät, aber in der Schweiz... Ist es früh gewesen? Ist es... Also, in meinen Augen bist du eigentlich der Erste, der Stand-Up gemacht hat. Vor allem... Also, in Basel schon, oder? In Basel sicher, ja. Aber so clean Stand-Up... Wer hat das... Okay, den habe ich damals, glaube ich, nicht gekannt. Denen... Leider nicht mehr. Also, nicht mehr Stand-Up, aber der Guy Landolt ist einer von den OGs gewesen. Midi Gotte. Und... Der Kavi hat es schon gemacht. Das sind alle Namen, die ich... Kaviar Gartia. Ah, der Kavi... Ah, okay. Der hat schon Stand-Up gemacht. Der Vor-Hype-Genossen. Genau. Okay. Und... Der Charlie kurz vor mir, der Büssi Outbits vor mir. Und dann hast du natürlich so... Was wollen wir sagen? Der Elsner ist auftreten, aber ich würde jetzt nicht ein Stand-Up bezeichnen, was er damals gemacht hat. Der Unterrecker auch nicht ganz, aber so die Jacobo-Müller-Fraktion. Bröckel-Mano, halt der Parodiste. Mhm, okay. So. Ähm... Und dann ein paar Leute, die ich jetzt lieber nicht erwähnen will, die sind jetzt öfter wirklich... Da hat man keine Ahnung mehr, was das ist. Nein, und das ist wirklich krass, weil du auf einmal schaust dir irgendwie so alte Bilder an und denkst so, oh mein Gott, hat es auch mal gegeben. Weisst du, du vergisst es völlig. Ja, das ist das, was ich immer sage, es ist so einfach, mit Stand-Up aufzuhören. Findest du? Ja, wenn du es nicht so fest liebst und du nicht ohne das kannst leben, ist es das Einfachste aufzuhören. Es ist so scheiße, du schaffst immer zu oben, du schaffst immer dann, wenn alle irgendwelche Events, irgendwelche Wohnungseinwäge, Hochzeiten, Geburtstage haben. Es ist irgendwie so, du kriegst nicht viel Geld dafür, du musst sehr viel alleine arbeiten, du bist immer alleine unterwegs. Für mich ist es immer so, alle, die aufgehört haben, denke ich so, ja, es ist auch einfach das Einfachste auf der Welt, mit Stand-Up aufzuhören. Wenn es nicht das Einzige in der Welt ist, wo du so fest liebst. Ja, so habe ich es mir noch nie überlegt, weil ich denke, wenn man es unbedingt will machen und unbedingt liebt, dann ist es, glaube ich, das Schwierigste zum Aufhören. So, ich denke immer, es ist jetzt wahnsinnig einfach, Stand-Up zu werden. Es ist mittlerweile aber sehr schwierig, Stand-Up zu bleiben. Darum geht es natürlich schon Hand in Hand mit, es ist einfach aufzuhören. Ja. Weil mega viel in den letzten Jahren sind hauptberuflich etwas anderes, meistens auch etwas Öffentliches und sind dann mal so kurz gekommen auf die Stand-Up-Bühne und haben dann gemerkt, für das, was ich will, war es zu viel Aufwand. Fuck that shit. Ja, wirklich. Am Anfang hast du so geiles Erlebnis, so wow, fünf Minuten auf der Bühne gesehen, die Leute dann gelachen und dann merkst du aber irgendwann mal, wenn du so ein halbes Jahr, ein Jahr lang machst, was es dazugehört, dass du wirklich vorwärtskommst, ist schon crazy eigentlich. Ja, es ist, der Grind, die sind immer so blöd. Es ist aber der Grind. Ja, Hobby-mässig ist das mega lässig, darum machen es die meisten auch hobby-mässig. Aber dann so, der nächste Schritt ist so, uff. Ja, und vor allem, was ich mal gemerkt habe, ist, als Hobby ist es ja super einfach, weil du hast die Einkommen, das heisst, du kannst ja sogar Geld in dein Hobby investieren. Genau. Also weisst, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du hast einen 100%-Job und du sagst, dreimal in der Woche will ich noch auf irgendeine Bühne und dann mache ich vielleicht mal ein Solo, dann kannst du mal sagen, okay, von den 100%, die ich verdiene, mache ich halt mal zwei Monate, mache ich irgendwie 10-20% von diesem Geld ab, und nutze das mal für irgendwie ein geiles Layout, ein bisschen Promo, und so weiter und so fort. Und wenn du es dann voll beruflich machst, ja, voll, ich finde das immer so geil. Du bist so, ah, ich muss ja irgendwann mal das Geld haben, damit ich das dann brauche, um dann überhaupt wieder Geld zu verdienen. Das ist immer das Erste, was die Leute machen, wenn sie so zwei, drei Auftritte haben, alle haben plötzlich eine Webseite, so mega geiles Webdesign. Alle haben noch Geld, zum Investieren, und wenn du so fünf Jahre dabei bist, so die scheissigste Webseite abgelaufen, wenn die Leute auf die Webseite gelaufen, diese Seite ist abgelaufen. Ich kann es einfach nicht zahlen, sorry. In Bearbeitung. Ja, voll. Bald kommt etwas. Bald. Freut euch. Seit fünf Jahren steht das hier. Freut euch. Also hast du nicht das Gefühl, du hast nicht so das Familiengefühl? Nein, aber das Ding ist natürlich, ich bin noch nicht so lange in der Schweiz und ich bin noch nicht so lange dabei. Aber jetzt zum Beispiel das Zelt, Comedy Club. Ja, also dort schon mit den vier Leuten, oder eben die Leute in der Produktion, habe ich schon ein Familiengefühl. Ja, das stimmt schon. Weil du dich regelmässig siehst, du unterstützt dich, du bist füreinander da, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, ja, ich habe jetzt in der Schweiz nicht so das Gefühl, dass ich zu einer Familie gehöre. Ich glaube eher noch mit Leuten, die in der Produktion sind, Leute, wo ich viele Sachen mache, irgendwie für das SRF, einer, der ein Producer ist, mit dem, wo ich halt viel Zeit verbringe und da habe ich wie das Gefühl so, okay, he is my friend. Ja. Aber, zwei, drei Leute, ja, aber ein Familiengefühl. Wer gehört denn zu deiner Comedy, Swiss Comedy Familie? Wer ist Mami, wer ist Papi? Also, mit all denen, wo du jetzt aber spielst im Zeitcomedy Club, sicher, also Charlie, Büssi, Zuko, Nico, Nico, Sven, Frank, Regula, also Helga Schneider. Dann, irgendwie halt auch, also weißt du, so Kiko, Stierbruder. Ja, Kiko ist so, Kiko ist so ein komischer Cousin, weißt du? Also der, wo irgendwie einfach auch irgendwann an Geburtstag kommt und labert irgendeinen Scheiss. Kiko ist einfach, das darf man nicht falsch verstehen, Kiko ist ultra professionell. Ja, ja. Man hat, es ist wie so, okay, er ist so ein bisschen, aber er ist ultra professionell, mit dem Zusammenstaff ist es verdammt angenehm. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist echt hilarious. Dann, Cenk, und dann eben so aus, aus der neuerer Szene, ich nehme an, wir werden jetzt dann langsam Familienangehörige, wenn wir ein paar Shows zusammenspielen. Stimmt. Dann denke ich auch eben so, Teddy, Benjamin, Josu, Matteo, Schädler, und so weiter und so fort. Jetzt sehe ich schon alles so, als eine große Familie. Stimmt. Und dann hast du halt eben noch so, der Peach Weber ist für mich dann so, so der Grossonkle, weisst du, den ich nicht oft sehe, aber irgendwann hat er gleich einmal so, er sitzt jetzt mal schnell ane, und redet mit dir. Deville darf ich nicht vergessen. Deville ist, Deville ist auch eine sehr grosse Figur, in dem Ganzen. Der Victor ist quasi effektiv, der Ziehgrossvater mittlerweile, Deville hat er gesagt, Siehvater, Elsie, also ja, alle diese Leute. Das sind halt alles Leute, also ausser eben jetzt die jüngere Szene vom Stand-up, wo ich verkehre, ist wie so, die, wo so fixer Bestandteil von der Szene seit Jahren sind, mit denen habe ich halt sehr wenig zu tun. Aber das kommt dann aber? Das kommt jetzt. Also jetzt, das zählt, das ist so das erste Mal, voll sicher mit dem Zuccolini vorher nie gespielt, ich habe ihn dort kennengelernt, mit dem Charlie habe ich vorher ein-, zweimal gespielt, aber das ist halt alles neu für mich. Also die ganze, das ist wie so, ich glaube langsam kommt man jetzt da rein, wo man jetzt alle mal kennenlernt und alle mal ein paar Mal wieder sieht. Und das ist aber früher natürlich schneller gegangen. Also zum Beispiel, logisch wie es, der Rob, der Rob ist für mich einer, da habe ich als Kind, da habe ich dann im Fernsehen gesehen und gefühlt eine von der ersten Shows dann, habe ich schon mit ihm gespielt. Oh, Wahnsinn. Äh, no, wie hat das Sender geheissen, sollte ich? TV 2 und TV 3? TV 3. TV 3. Noch nie gehört. Doch, dort ist, dort ist der Osman bei TV 3 gesehen. Okay. Hast du das mal gesehen? Und das ist ein Schweizer Sender gesehen, TV 3? Ja. Dort ist vor der Live gesehen, wo der Osman zu Gast gesehen ist. Okay, nein, das habe ich alles. Aber das hast du mal gesehen, oder? Nicht? Kennst du nicht den Osman? Hey, das ist mega schlimm eigentlich. Erstens mal, der ganze Stand-up, den ich in meinem Leben konsumiert habe, immer an mein Stand-up gesehen. Also das mal ist kein Stand-up. Er könnte einen sein. Aber es ist eine Talkshow, wie früher bei den Deutschen. So Brit und, Ricky, Arabella. Leute, die zehn Fehler Bateschaffstestes machen. Das hätte ich natürlich gerne gemacht. und das ist, schweizerisch ist das oft sehr langweilig gesehen, weil halt, ja, wer bringst du in eine Schweizer Talkshow? Und der Dani Vorler hat das moderiert und dann hat es eine gegeben, und ich weiss nicht mal mehr, was das Grundthema war. Und jetzt hat es einer dass man sich die irgendwie rumgeschickt. Was hat denn der Osman gesagt? Der Osman hat irgendwie so Zeugs gesagt wie, Frauen gehören in die Küche. Ja, so in dem Stil. Und die eine, die mir irgendetwas sagt, sagt irgendwie, nicht mehr mal ab und sitz da hin. Und das ist so Zeugs. Ah, das kommt mir jetzt bekannt vor. Und dort ist mein Lieblingssatz, was mein Mantra ist eigentlich, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Genau, das sagt er eigentlich dort. Das sagt er, er hat alles erlebt und ganz ehrlich, jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht. Und dann ist er kurz still und ich so. Und Ali. Noch nie hat jemand sowas Schlaues gesagt. Der Osman. Das ist der Osman, okay. Osman mit Lebensweise. Genau, der ist natürlich auch von dort, wo der andere sagt, meinst du bist krass, weil du Bändchen hast? Ja, aber so ein ... Okay, so ein Dunkelhütiger. Das ist der Osman. Das ist der Osman. Ehre, Mann, ich habe stolz. Ehre, das Herz. Ehre, Mann, wenn du, also, die Jungen, was du hast, du willst etwas sagen? Ich meine, ob jeder kann machen, was er will, weil jeder steht dazu, was er macht, das geht dazu. Okay. Okay. Er hat gemeint, nur weil er mit Kollegen dort ist, ist er der krassische Weisst, das ist, es spielt keine Rolle, ob einer zwei Meter oder zwei Meter breit ist oder zwei Meter lang, weisst du? Aber er hat das Mann. Ich kann eine Bühle, aber was der andere, wie der andere aussieht, das sollte ich auch nicht wissen. Nein, Mann. Aber das glaube ich auch nicht, Die sind so primitiv. Die sind so echt primitiv. Ey, schau mal, 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 die rocken da vorne, die machen den Einen auf uren krass. Was meinen, wenn du in die Stadt laufst, dann kannst du sicher sein, dass du in die Idee an, weil einer, der so rumläuft, der Laufschau. Aber schau mal, aber schau mal, das meine ich, genau das meine ich, genau das meine ich, das ist wieder hoch, alles wieder eine. Dass du mit deinen Vorurteil kommst, ich bin Spanier schüsst, wenn mich bei Rasse nennen oder so. Ey, meinst du krass, wenn du Bannerchen hast, oder was? Was auch, ich dachte auch, ich habe keine Probleme, aber Lotto, das sage ich. Das ist ein schönes Best-of. Und was wirklich, das Highlight gesehen ist, von der ganzen Sendung ist, also ich habe, Daniel Vorler auch schon zwei, drei Mal gesehen, ist ein ganz, ganz netter Typ, aber das richtig Geile in der Sendung ist, ist, wie es ihm komplett entgleist. Wie es eskaliert. Es eskaliert und er hat null Autorität. Okay. Es ist wie eine Schulklasse, wo der Lehrer nicht zusammenhalten kann. Gibt es ihn noch, der Moderator? Ja, ja, was macht er? Ich glaube, bin beim Eins. Auf jeden Fall hat es da ein Sender gegeben. Arena macht er jetzt. Auf jeden Fall hat es da ein Sender gegeben und dort hat es gegeben Rob's Comedy Club. Und dort hat es eine Sendung von Rob. Hey, nein, sicher nicht. Und das heisst, ich habe ihn dann schon gesehen und irgendwie, keine Ahnung, vierte oder fünfte auf, tritt ich schon mit ihm auf. Weil damals die Wege viel kürzer gewesen sind. Wie ist das für dich damals, dass du wie schnell vorankommst, weil es wenig Leute gegeben hat, die es gemacht haben? Ist das nicht so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen werden? Doch mega. Schon, gell? Mega. Und es ist durch das habe ich dann ich habe sehr gerne Imposter Syndrome. Und in dem Fall habe ich es dann auch ein bisschen gehabt, weil ich so gedacht habe, wenn ich jetzt zu einer anderen Zeit wäre, dann wäre ich jetzt sicher nicht dort, wo ich bin. Also weisst du, wenn ich so finde, das ist wahrscheinlich ein bisschen mein Glück gewesen, dass du in dem Moment dann aber sehr schnell an gewissen Orten schon gesehen bist. Und gleich andere Sachen haben dann trotzdem eine Zeit gebraucht, weil bevor ich Stand-up gemacht habe, habe ich halt schon in den Medien gearbeitet und habe so eine Late-Night-Show gemacht in Basel. Und durch das habe ich eigentlich alle die Leute von der Szene habe ich irgendwie schon gekannt. Also den Zucco habe ich schon lange gekannt, Giacobo und Müller und so. Und gleich habe ich dann nur jetzt nochträgerlich gesagt, aber damals mega lang, habe ich drei Jahre gebraucht, bis ich bei Giacobo und Müller konnte auftreten. Weil ich natürlich zuerst so die Anspruchshaltung hatte und dachte, ich mache jetzt Stand-up, also trete ich sicher bei euch auf. Ja. Und dann halt alle Entscheidungsträger dort irgendwie Zeugs von mir geschaut haben und gefunden haben, Maybe not. Warten wir noch ein bisschen, Kollege. Okay. Und darum, ich habe das gar nicht so, ich habe das gar nicht so bewusst worgen in diesem Moment. Sondern eben, du denkst so, ah ja klar, ich bin jetzt halt einfach die junge, neue, die mit den alten Hasen im Vergleich auftritt und gleichzeitig haben wir dann halt mit unseren Comedy-Clubs eben so ein bisschen das eigene Ding angefangen und darum haben wir überhaupt so viel gespielt. Also es ist wie heute Open Mics. Wir haben halt einfach schon zahlte Mixt-Jows gemacht. Ja, die haben einfach schon Charlie jetzt in Aarau und Johnny Byrne hat es in Luzarn gehabt und in Zucco haben sie den Zucchi-Hund und eben der Gi und so. Aber ich weiss auch, mein allererster Auftritt habe ich den Charlie kennengelernt, den Büssi habe ich schon gekannt und mein zweiter Auftritt bin ich mit Lara Stoll aufgetreten und dort bin ich so ein bisschen starstruck gewesen, weil ich auch Lara Stoll schon vom Fernsehen her gekannt und ich dachte so, shit, ich spiele jetzt einfach mit der, oh mein Gott, was mache ich denn? Und das ist sie mega nett und dann hat er gesagt, von dir werden wir noch etwas hören und so. Ich war so mega supportive und dann bist du das sind so mehr so die Out-of-Body-Experiences wo du so findest, was genau passiert. Und jetzt ist so viel klarer definiert, was ein Weg kann sein. Heisst nicht, dass es da ist? Ich habe das Gefühl, das Ähnliche passiert halt mit den Frauen im Comedy. Darum hat mich das jetzt gerade mega wichtig genommen, wie das für dich gesehen ist, weil ich habe auch das Gefühl, ich komme schneller voran, weil du halt weniger Konkurrenz hast als Frau. Im Schauspiel ist es ja genau umgekehrt. Du hast verdammt viele Frauen und verhältnismässig immer weniger Rollen. Die meisten Theaterstücke haben viel mehr Männerrollen. Immer noch. Ja, wirklich. Und du hast, also wir haben an der Schauspielschule auf so 20 Schüler haben wir glaube 5, 6 Männer gehabt und der Rest sind Frauen und die sind alle, also alle meine männlichen Kollegen sind im Schauspiel so viel schneller vorankommen als die Frauen. Ich hatte wirklich das Gefühl, hey, die Konkurrenz ist so gross, ich bin dann auch nach London gezogen und dann in diesen Castingräumen sitzen mit allen Leuten, die irgendwie ähnlich aussehen wie du und eine bessere Schule gemacht haben und mindestens genauso das wollen haben und genauso viel Talent und hey, ich habe gedacht, irgendwie, es ist wie ein Zahlenspiel. Ja. Es geht einfach nicht so schnell vorwärts. So wie das Roulette. Genau. Schauen, wo die Kugel fällt. Genau. Und im Comedy ist es genau das Gegenteil. Darum finde ich es immer so lustig, es ist so die ultimative Frage, die jeder Reporter dir stellt, wie ist es als Frau in der Comedy-Industrie und es ist einiges besser als im Schauspiel, weil die Zahlen sind einfach umgekehrt. Es machen viel weniger Frauen. Ja. Und auch ich als weibliche Zuschauerin habe mega gerne Frauen auf der Bühne. Das heisst, wenn ich an eine Mixed-Show gehe, bin ich eigentlich fast enttäuscht, wenn es keine Frau dabei hat. Also wenn wir vier, fünf Comedians auf der Bühne haben, es ist keine Frau dabei, wäre ich enttäuscht. Absolut. Und ist mittlerweile auch möglich, dass es nicht mehr so muss sein? Voll. Ich merke aber auch, dass ganz oft die Shows Frauen suchen und alle Frauen, die aus den Zähnen schon irgendwo verbucht sind und sie dann keine Frau haben und alle sagen, warum buchen da keine Frau? Und dann ist es so, Leute, es heisst nicht, dass wir keine haben buchen. Ja, ja, das ist mega oft ein Problem und ich probiere dort immer ein bisschen zu unterscheiden und sage, für mich ist es nicht wirklich ein Geschlechterproblem, sondern für mich ist es mehr ein Newcomer-Förderungsproblem. Ja. Und das fängt an mit einerseits den Förderungsshows, die es gibt, die für mich viel zu öffentlich sind. Oh mein Gott, hör mal auf, die sind so, das ist ganz schlimm. Also weisst, dass auch wirklich Menschen, die viermal in einem Open Mic gesehen sind, plötzlich im Fernsehen kommen. Genau, werden dann auf die grosse Bühne geschmissen und alle Clips überall, Fernsehen, Radio, so. Die SRF-Talentshow, die ich gemacht habe, das war mein erster Auftritt auf Schweizerdeutsch. Und das ist jetzt einfach online und es war noch während Corona oder Ende Corona ohne Publikum. Einfach in eine Kamera hinein, deine Witze runter, ratteren und es ist einfach online und weil es wahrscheinlich SRF ist, aus irgendeinem Grund, ist es wahrscheinlich eines der ersten Videos, die kommt, das ist einfach ganz peinlich. Stimmt, es ist viel zu öffentlich. Genau, und dann ist das aber eben schon mal irgendwie rum. Und alle sagen, Gott, wie schlecht ist, weil es ist auch einfach schlecht. Es ist halt auch noch nicht dort, ich bin, Jakob und Müller denke ich jedes Mal, jetzt habe ich meine Clips auseinandergeschnitten für Reels und ich schaue das an und denke so, boah, hat es nachher nicht mehr gegeben, aber so drei Jahre später wäre es natürlich noch besser gewesen. Das zieht sich natürlich bei allem so weiter. Und was dann passiert ist, dass dann von dem Newcomer Pool dann wahrscheinlich auch gerne mal nach Geschlecht ausgesucht wird, wo du dann aber eigentlich musst sagen, von dem Pool solltest du jetzt wirklich noch niemanden nehmen. Die müssen jetzt wirklich einfach noch mehr spielen, die müssen noch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln. Wie stellst du dir eine bessere Talentförderung denn vor? Also einfach, dass es nicht so publiziert wird. Erstens das. Und irgendwie auch finanzielle Unterstützung oder wie? Ja, dass es einfach in einem, ich will jetzt mal sagen, in einem längeren Zeitraum mehr Auftrittsmöglichkeiten gibt. Ja. Also, wo wir noch die Mixed gemacht haben, haben wir irgendwann einen fixen Newcomer Spot kreiert, wo man gesagt hat, das ist effektiv ein Newcomer Spot für Menschen, die noch nie da gespielt haben. Das gibt ein bisschen Geld, nicht mega viel, aber es deckt sicher alles. Ja, Schmerzensgeld, das ist wirklich eine Erfahrung. Nein, und das Spannende ist dann eben dort gesehen, mit dieser ganz feinen Ausschilderung, es ist nicht eine halbe Stunde, jetzt kommt jemand, keine Ahnung, was sie macht. Sondern einfach mit auch einem aufgebauten Publikum, das schon ein bisschen Comedy-Erfahrung hat, gibt man den Leuten eine Auftrittsmöglichkeit, die trotzdem schon ein anderer Rahmen ist als auf den Open-Mic. Und gerade bei Mixed-Shows gibt es mega oft die Möglichkeit, dass man eine bewegliche Mischung hinkriegt, wo das erlaubt. Ja. Jetzt, meine persönliche Lösung ist, das, was ich jetzt probiere, mit mehreren Leuten als Support, einen von du, was sich bis jetzt bewiesen hat, mit dem Cenk hat sich bewiesen, der selber schon ein Programm hat, dass du dann halt wieder an Ort kommst, wo die Leute zum ersten Mal diese Person sehen, dass der Kontakt schon mal da ist, auch dass sie sie live gesehen haben, weil das weiss ich noch, wo wir Comedy im Balz gemacht haben, x Bewerbungen, und dann schicken sie halt ein YouTube-Video und das geht irgendwie zwei Minuten und es ist einfach irgendein mehr und ich habe immer gesagt, ich muss die einmal live sehen. Und dann weiss ich es nach eine halbe Minute, das reicht mir, aber so ein Video selten. Ausser einmal Moritz Neumeyer habe ich gebucht, weil Gabriel Vetter gesagt hat, buch den, der ist der shit. Und dann habe ich gedacht, okay, den buche ich jetzt blind, weil ich vertraue Gabriel, und Moritz Neumeyer ist mittlerweile huge. Also, habe ich Glück da gehabt. Und dann bist du aber schon mal an einem Ort, an irgendeiner Location, wo eben sonst man nicht oft gesehen wird, die schauen sich auch nicht wirklich Videos an. Ich meine, die eine Location und ich weiss, in der Schweiz eine Kulturlocation, wo auch Konzerte hat und was weiss ich, der hat mir erzählt, er kriegt 500 Mails in der Woche. Von Leuten, aus allen Bereichen halt, Comedy, Theater, Konzerte, was weiss ich, wo irgendein Projekt haben und sagen, hey, bei euch würde man auch gerne spielen. 500 Mails? Ja. Und er sagt, wann und wie will ich mir das anschauen? Jesus, man ja. Und wenn ich ihm schreibe, geht es etwa drei Monate und ich habe ihm sicher dreimal geschrieben und irgendwann sieht er wieder meinen Namen und sagt, ah ja, logisch, komm. Okay, das habe ich schon gesehen. Wow. Also, ist meine Lösung für mich persönlich ein bisschen, mehrere Leute irgendwie auf Tour mitzunehmen und eben in einem anderen Environment. Ich finde Open Mic ist mega gut, aber es ist ein eigener Bereich. Und dann eben zum die nächste Stufe zu erreichen, musst du doch irgendwie, ich habe das gehabt im, keine Ahnung, im 17 oder so, habe ich mal durften Support spielen für Marco Rima und dann bin ich im Volkshaus vor 1000 irgendetwas Leute und habe 10 Minuten und das hat mir selber so eine Motivation und so einen Boost gegeben, für, weiss nicht, wie viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, wo ich sonst so ein bisschen Krise gehabt habe mit einem schlechten Ticket für Käufe und keine Ahnung was und dann spielst du so einen vollen Raum und du spielst genau das gleiche Material wie sonst vor 20 Leuten und es hat absolut gerissen und du kommst nachher mit so einem mega High davon. Jetzt habe ich natürlich nicht ausgeräumt, aber trotzdem, es gibt schon so die eine oder andere Show. Marco Rima auch nicht mehr. Nein, ja, keine. Und trotzdem gibt es dann die eine oder andere Show, wo du dann wirklich nochmal etwas draus rausgezogen hast. Also habe ich auch gehabt mit Quatsch Comedy Club. Weil auch dort bin ich als Newcomer dann in einem Environment mit massiven Killer, wo wirklich einfach... Jetzt bist du dort als Newcomer gewesen? Im 17. Ah, im 17. Okay. Im 17. Und dort treten die Leute auf, das ist aberartig. Und du bist dann quasi ich bin jetzt jemand von denen. Das hat mich so viel besser gemacht in dem Moment, weil ich einfach gemerkt habe, aha, was in der Schweiz hättest du sagen können, das ist eigentlich ein guter Closer, das bringt dort die Leute nicht einmal in Bewegung. Ja, ich muss sagen, Entschuldigung. Nein, ich labere einfach. Es ist schon ein geiles Gefühl, wenn du an einer Show bist und du bist die Person, die am erfahrensten ist und am meiste reisst. Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn das passiert, aber weiterbringen dich wirklich so Events von du eigentlich der Loser bist von der ganzen Geschichte. Wo du das Gefühl hast, du hast nichts verloren. Wo du das Gefühl hast, dass andere Leute einfach Master von diesem Handwerk und du wirklich siehst so, ah, so geil kann das sein. Ja. Dort kann ich noch auf das Level kann ich noch herkommen. Und das ist genau, wobei ich habe das auch in der Schweiz eben so mit dem Zug und dem Charlie zum Beispiel, bei denen denke ich mir auch immer wieder so, wie ein Zelt am Baby ist, wenn die auf der Bühne sind. Es ist einfach so, ein Lacher nach dem anderen. Macht den Witz nur noch ein Wort dazu und sie lachen schon wieder. Nur noch einen Satz dazu und sie lachen schon wieder. Das Schlimme ist, das hatte ich schon vor zehn Jahrgang, wenn ich mit Charlie auftreten bin. Das ist schon irgendwie, ja, mit so Leuten arbeiten bringt die wirklich weiter und das gibt einem dann so einen Push, so eine Energie. Genau und das wird dann nicht gerade als YouTube-Clip überall hochgestellt und im Fernsehen zeigt. Und ich glaube, das ist eigentlich, dass man die Leute mitnimmt auf andere Böden, wo sie sich dann selber aufbauen können. Das sehe ich als eine bessere Newcomer-Förderung als eben einfach den vierten Auftritt oder in dem Fall die ersten Auftritte auf Schweizerdeutsch und der ist gefilmt und der ist online. Und es geht dort nicht um Legacy oder irgend sowas. Es geht darum, dass gewisse Sachen dann zu schnell passieren und andere viel länger brauchen und dass das nicht organisches Wachsen klingt so blöd, aber nicht so ein organischer Rhythmus ist, wie es sein soll. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf Persönlichkeit an und wie fest, dass du dich beeinflussen von irgendwelchen Hate-Kommentaren oder irgendwelchen Leuten, die nicht an dich glauben oder es gar nicht verstehen, wie viele Jahre es eigentlich braucht, bis du ein geiles Stand-Uper sein kannst. Ich meine, du hast drei Jahre lang bis auf einer Fernsehbühne bist. Habe ich das richtig verstanden? Ja, zweieinhalb. Genau. Okay. Und ich glaube, in Amerika, die grössten Comedians, bei denen geht es zehn Jahre. Ja. Und dann hast du auch wirklich die geilsten fünf Minuten, wo du ein paar Applaus-Breaks bekommst. Aber nach drei Jahren ist wie so, hey, es ist Hammer, dass es drei Jahre nur gegangen ist. Aber es ist einfach normal, es zeigt sich einfach denen. Und was ich bei mir natürlich auch merke, ist, wenn ich Sachen von mir früher schaue, wenn ich mein erster Solo anschaue, der Büssi hat es im letzten Podcast auch gesagt, wenn er sein erster anschaue, und so. Dort hast du ein nachtraglich, hast du ein bisschen schlechtes Gewissen, dass Menschen Geld zahlen haben. Und dann denkst du so, okay, zehn Jahre später, objektiv gesehen, hat das meiner Karriere effektiv geholfen, oder hat es längerfristig vielleicht sogar geschadet und man hat dann nochmal mehr gebraucht, um überhaupt wieder dorthin zu kommen. Zum Pflaster wieder drauf zu tun. Du kannst schon Tickets verkaufen und von Show zu Show ist ja auch wieder bei Null an. Zero, neues Programm. Zero, da bin ich manchmal dabei. Das können wir nicht. Sicher. Ähm, jetzt eine Fadenflora. Sorry, du fährst bei jeder Show von Null an. Aber genau, es gibt natürlich, wenn die Leute schauen und sie finden es nicht so der Hammer, können sie nicht mehr. Ausser sie finden die einfach lässig und unterstützen oder Kunst unterstützen. Es gibt ja so herrliche Leute, die so herzig sind und einfach Kunst und Künstler unterstützen und dann einfach gönnen uns einfach toll finden auch wenn es einfach okay ist. Aber wirklich jemand wie ich, wenn ich eine Soloshow von jemandem gehe und es ist ja, es ist eigentlich wie hingekackt und hingeschissen, dann gehe ich nicht mehr. Dann gehe ich nächstes Jahr nicht mehr. Und auch wenn es dann halt wahrscheinlich hundertmal besser ist. Darum es kann natürlich gut sein, dass man sich auch ein bisschen etwas versaut, wenn man gewisse Sachen zu früh macht. Hey, ich habe im Fall so dreigeschissen in einer Fernsehsendung das Jahr. Es wird ganz schlimm, wenn es rauskommt. Es kann noch nicht draus. Ich hoffe, dass das Gebäude abbringt, die Aufnahmen drin und niemand fletzt. Ich habe ein paar geile Shows gespielt und zwei Scheisse und eine davon ist so schlecht. So schlecht. Ich hatte zu wenig Zeit und zu wenig ich habe sehr viele neue Sachen machen. Ich wollte zu viel machen. Ich hatte die ganze Zeit Blackouts. Sie können es ja rausschneiden, aber es ist so schlimm. Die Leute haben irgendwann gar nicht gelacht, weil ich die ganze Zeit auf meine Notizen schauen musste. Es war so schlimm. Ich habe eine dicke Haut. Mir ist sehr viel scheissegal. Es ist mir auch scheissegal, dass das passiert ist. Aber der Kollege von mir in der Produktion schaffte, er musste noch nie so etwas unangenehmes anschauen. Er sagte, es sei immer so unangenehm, mich auf der Bühne zu sehen. und ich bin wie in so Trauma Response, wo ich dann irgendwie einfach mein Zeug runterrattern und dann nachher kam der Typ von der Sendung zu Leila, es war so schlecht. Ich glaube, du musst es nochmals machen. Und dann am Ende der Show, irgendwie am 10.30 Uhr, 11.00 Uhr zu oben, kannst du dir vorstellen, wie das Publikum K.O. gesehen ist, sind sie nochmals aus und gesagt, könnt ihr euch an sie erinnern, die den Text vergessen hat? Und alle natürlich, ja, sie muss es nochmals machen. Dann musste ich nochmals auf die Bühne und das nochmals runterrattern mit weniger Blackouts. Aber es ist, ich meine, sie haben alle Witz, Witz, schon gehört. Und sie haben mich natürlich schrecklich gefunden. Also, sie haben mich wirklich auch so recht schrecklich gefunden. Hat sie dann so eingeblendet gemacht? Jetzt lachen, jetzt klatschen. Sie hat das mühse machen. Nein, es ist so schlimm gewesen. Oder ist so eine von den Sendungen gesehen, wo sie zuerst so eine Blooper Reel zeigen, damit sie schon ein paar Lachen aufgenommen haben, die man dann reinschneiden. Das Lustige war, als sie die Kamera abgestellt haben, schnell in der Pause und ich weiss, Witze über mich selber so ja, ich habe alles vergessen. Das haben sie dann lustig gefunden, dass ich selber dazu gestanden bin. Und dann habe ich vier bis fünf Lacher bekommen. Die ersten oben ungefähr. Sobald ich wieder auf der Bühne gestanden bin, bin ich wieder in den gleichen Stress reinkommen, weil ich den Text, meinen Witz nicht mehr vertraut habe. Auch die zweite Aufnahme kann du eigentlich nicht anschauen. Dann machst du einfach keinen Post. Ja, das ist immer so, wenn so Sachen rauskommen. Nase putzen. Ja, ich habe es vorher schon gedacht. Weisst du was? Ja, dann ignoriert man es einfach und geht mal ein paar Tage nicht auf Social Media und geht definitiv die Kommentare nicht lesen. Das ist das Schlimmste. Gut, das ist effektiv ein Geschlechterproblem. Das Frauen, ich glaube in jedem Bereich, aber vor allem in der Comedy extrem viel Hate kriegen. Ja, hat gute und schlechte Seiten, also offensichtlich hat schlechte Seiten. Ich muss sagen, da habe ich mich ein bisschen geheilt, weil ich führte Phyllis Tastan mega. Ich auch. Sie ist ein von den Opening Acts von Felix Lobrecht in Deutschland. Ich habe sie besser gefunden als sie. Ah, wirklich? Ja. Schwierig zu sprechen. Ich finde sie so geil und ich bin mal bei ihr bei Maria Clara Gropplo, die ich auch super finde. Und noch bei anderen, anderen weiblichen Comedian Kommentar lesen und sie haben genau das gleiche geschrieben wie bei mir. Gott, ist das schlecht, Frauen sind nicht lustig, wann soll ich lachen, bla bla bla. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn die genau das gleiche bekommen wie ich, dann muss ich das ja auch einfach gar nicht ernst nehmen, weil ich finde das ja gut, was sie machen. Und das ist ja das Einzige, was zählt. Und sorry, wenn du der Opening Act bist, von Felix Lobrecht, dann bist du einfach gut. du kannst nicht arguing with that, das geht einfach nicht. Dann habe ich gedacht, also gut, jetzt sehe ich einfach nur noch das Positive, es ist einfach User Engagement. Es pusht dein Video, egal wie viele negative Kommentare du hast, es pusht dein Video. Was hast du das Gefühl, warum ich auf gewissen Videos Millionen Views habe? Weil sie einfach haten. Also erstens mal es funktioniert auch. Ja, es ist ein Video hat so viele rassistische Kommentare wie wir vergleichen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch und Schweizer haten rassistisch gegen die Deutschen in dem Video. Ich habe das vor einem Monat gepostet. Jeden Tag kommen irgendwelche Nazi Kommentare irgendwelche die Deutschen sollen raus bla bla und am Anfang habe ich gedacht Scheisse hat eskaliert ich muss die Kommentare melden das geht ja nicht und jetzt denke ich mir so das Video hat eineinhalb Millionen Views Danke Haters Danke versteckte Troll Rassisten Schluss am Ende Instagram filtert nicht logisch melde ich die schlimmen Kommentare melde auf rassistische Kommentare gegen mich auf gewissen Videos Kameltreiber Videos das ist keine Schweizerin bla 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 die melde ich dann will ich nicht will das andere lesen und weisst irgendwie mir beim besten willen nicht mehr tangieren aber ja will nicht dass Leute lesen dass es die stresst oder dass irgendeine Kollegin von mir hat das Gefühl sie muss mich verteidigen oder irgendetwas das beste und dann ja darum eigentlich sind die hate kommentare wenn man es mit sich selber so vereinbart man muss abstrahieren können ja wie ist es bei dir mit den hate kommentaren vor allem gegen deine Haare die sind on fire wie die Haare nein alles schön erlebt oh gib mir mal deine top 3 oder so ich weiss sie nicht mehr auswendig aber ich habe mal und das habe ich wirklich es fällt mir erst gerade jetzt wieder ein ich habe mal eine Sendung gemacht für 20 Minuten online ah ok das ist jetzt aber auch vielleicht 8 jahre oder so und das ist wirklich die Idee gesehen dass die Video Abteilung die neue Sendung nachher hat Band eine gemacht mit ein paar anderen Influencern die haben etwas gemacht bei mir war eigentlich noch ein guter deal sogar sehr guter deal 10 Folgen und für jede Folge horrend viel Geld wie viel Geld pro Folge was sind sie gesehen ich glaube einfach für eine Folge wo man irgendwie so einen halben Tag gefilmt hat 1000 Stutz geil genau genau so ist gesehen 10 Folgen 10 1000 Stutz Option auf 10 weitere ok cool und äh aus verschiedenen Gründen hat das von Anfang an null gematcht weil es ist zwar mein Sendung mit meinem Namen und mein Gesicht aber ich habe nicht wirklich selber entscheiden was passiert ok und ich bin eigentlich gemessen marionette gesehen von zwei drei entscheidungsträger und du machst jetzt das und jetzt wollen wir das und dann flot sie auch nicht und dort habe ich noch agentur und der geschäftsführer für agentur der ist dann einen tag lang damit beschäftigt nach drei folgen den stecker zu ziehen ok der hat an dem tag jagt und hat mit was weiss ich für instanzen telefoniert und den dann irgendwann auf der klaren erklärt und versuchte rauszukriegen genau aber wenn wir einen vertrag haben und was weiss ich lös doch einfach ok und ich habe sogar gesagt ich verzichte sogar auf die folge die ganze Zeit ich so bauchweh hatte was ist so schlimm dran gewesen es ist halt einfach du jetzt würdest sie etwas lockerer sehen aber du hast dann das Gefühl das bin ich und das entspricht nicht mir und 20 Minuten Startseite kommt ein Comedy Video und dann gehen dort alle Menschen die schon auf 20 Minuten online ich glaube das ist vor allen Kommentarspalten das Schlimmste ist das ja wirklich die wenn sogar der Blick sagt hey die wollen wir nicht mehr gehen sie zu 20 Minuten und sie haben eine Funktion nach 24 Stunden kommentieren aber was in denen 24 Stunden passiert 20 Minuten hat nur die 24 Stunden ok wenn ich es richtig im Kopf habe ich weiss nicht ob es immer so ist keiner weiss und dort kannst du einfach das wie Doomscrolling gesehen 140 Kommentar und du hast das gelesen und du hast keine positive und es ist nur Hate und jeder von deinen Hate Kommentar hat irgendwie 300 Likes oh shit ok das heisst was mir dort dann sehr klar worden ist wenn du Menschen in ihrem safe haven irgendwie störst dann gehen sie hart ab und das habe ich auch als ich im Fernsehen gesehen bin das habe ich auch als ich im Radio gesehen freue ich mich dann zum Beispiel SRF3 du bist auf einem öffentlich-rechtlichen Sender und jeder mensch gefühl sie haben anspruchs drauf jetzt zahlen dafür das ist ja jetzt geht überhaupt nicht und wie scheisse ist das und die machen es dann aber noch nett mit so mega lange mails und so mega lange brief mit anregung zur besserung und so so und dann habe ich immer gemerkt bei bekomm die shows live hast das mega salte ja du hast nachher zum teil auch gute gespräche mit leute wo irgendwie ihre meinung man kund oder so aber du hast du hast selten die habe ich super scheisse gefunden was macht dann dort ist der mensch positiver wenn jetzt du vor fünf nicht der gewesen die am besten gefallen hat dann gehen sie halt eher zu der person die am besten gefallen hat und sagen du hast mir am besten gefallen das ist immer die geilste situation wenn die comedians nebeneinander stehen und dann zu dem neben dir sagen du hast mir mega gefallen und dann tour gemacht da habe ich meistens noch ein foto gemacht mit den Leuten und während sie sagten du mit Abstand bist du der Beste und der Bar hat dann so du auch ja und dann habe ich gemerkt wenn du die Leute in ihrem Bereich störst dann haben sie richtig und Social Media ist weniger weil da kann man ja weiterscrollen was mir aufgefallen ist dass gewisse Leute irgendwie auch ihre Hässigkeit loswerden und ich habe zum Teil einfach so random so 40 plus Weiber in meinen DMs wo wir haben geschrieben was für dumme Tussis in mich finden und dann dachte ich tschüss wenn ich jemandem ein negatives DM würde schicken also was müsste alles passieren dass mir wirklich die Idee würde kommen so etwas zu machen und also wirklich nicht jemand ein paar das finde ich schon huren strange also weisst wo ist die Hate früher an das das frage ich mich auch immer ich glaube es ist immer schon rum gesehen man hat allein den fernseh angeschrauen und jetzt tippt man halt auf den tasten frien frien hast ja noch gar nicht kommentieren frien hatte den lesenbrief und die lesenbrief schickten aber es gab trotzdem eine redaktion gab gewisse zeitungen abdruckten aber dort hatte eine vorsondier ja es war limitiert zu einem lesenbrief pro woche genau genau und dann hat es eigentlich gehabt und im deutschen sind sie in ich weiss nicht mehr ob es tagesthemen oder tagesschau oder so dort sind sie dann mal zu moderatorin zu einem heim wo so hate kommentar auf sie abgelassen und dann hast natürlich nach zwei sekunden mitleid mit dem typ weil du merkst was für eine geile idee ja und du merkst er wohnt wirklich isoliert ohne soziale kontakt in einer messi wohnung und ist vielleicht vielleicht nicht hartz vier sicher hartz drei und da hast schon wieder mitleid das ist aber eine richtig geile idee mitleid schwierig von mir als betrifft ja aber du würdest gerne die person dann hassen und denkst du aber eigentlich ist das gar mein sau so und was mir immer hilft ist auch zu wissen alles was eigentlich jeder mensch auf der welt macht ist ja unsere eigene motivation und hat immer mit ihnen selber zu tun so das finde ja aber das ist doch ein bisschen ich meine es gibt auch Sachen wo ich schaue und ich finde es scheisse ist also ich finde es auch völlig okay wenn man scheisse findet aber was ich einfach immer so dumm finde ist du würdest mir am meiste schaden wenn du mir wirklich scheisse findest wenn du einfach weiter scrollst und mein Video gar nicht schaust weil denen gibst du mir Video schaust kommentiert schadest du mir eigentlich nicht das finde ich das was die Leute vergessen die so hat aber ich habe ein mega komisches Erlebnis mit einem Fan der gehatet hat das ist auch so eine strange story okay jetzt hat mir einer ein E-mail geschrieben und hat nachher Autogrammkarte von mir gefragt zu unterschreiben per Post und ich finde das irgendwie mega herzig oder aber ich habe keine Autogrammkarte und ich habe dann gedacht scheisse was mache ich jetzt das ist mir wie alles zu viel Aufwand und dann habe ich gedacht also gut was soll er hat gesagt wenn du keine hast dann drück einfach ein Foto aus und du hast unterschrieben und dachte ja ach ja ist viel Aufwand aber Post ab kannst doch mit der Post ab pro Tag eine gratis Postkarte verschicken no way doch und zwar aus der Camera Roll wirklich wirklich ja kannst irgendein Foto bist du gesponsert von der Post nein ich glaube das ich hatte ein paar Sachen wo wahrscheinlich nicht von Sponsoring sprechen an Geschichten mit der Post nein aber meine Schwester hat mir mal eine Postkarte geschickt und zwar wirklich ein Ferienfoto ok was sie in den Ferien ist und dann hat sie etwa vor der Camera Roll musst du auch aufpassen dass nicht er ich habe eine pro Tag und sie schicken sie muss ich das Post auch mal anbeladen und dann hast du hinten drauf Post und keine Ahnung was das ist ok und ich denke also gut ich mache dem jetzt der gefallen hat mir geschrieben es sei IV blablabla weil ich habe gefragt hey komm doch an einen Auftritt von mir dann kann ich irgendwie die Eintrittskarte signieren machen wir noch ein Foto zusammen und er hat dann gesagt er sei IV kann sich nicht gut bewegen oder hat Rollstuhl und die Mutter hat irgendwie die normalerweise fährt das Auto genommen und so und dann habe ich ihm geschrieben hey weisst was sag in welcher Gegend du wohnst wenn ich einen Auftritt habe dann besorge ich ein Taxi und abholen die und deine Mutter dann schau und dann und dann habe ich gedacht ja wäre doch viel lässiger oder weil der hat anscheinend gerne Comedy dann machen wir das doch so und dann hat er geschrieben ja nein sie möge sich nicht mega bewegen und so und sie nicht aber lieber einfach nur die Autogrammkarte und dann gedacht also gut mache ich die Autogrammkarte und dann ich dachte ja also gut ich muss das Foto ausdrücken und ich hatte Stress und dann eine Woche später und ich hatte es wirklich auf meiner To-Do-Liste kam ein E-Mail hey emotional geladen dass es noch nichts angekommen und ich habe ihn vergessen und es hinter Letzten er auf IV und letzte Woche konnte ich fast nicht mehr atmen er auf einen Notfall gekommen und blablabla und dachte hey alles wegen dir alles wegen mir und dann bei mir klappt dann einfach ein Schalter um wo ich denke du Arschloch so musst man gar nicht kommen weisst du bist dann in Attack Mode ja wenn du mir versuchst ein schlechtes Gewissen machen weil ich nicht den Spur wenn du willst dass ich dir ein Foto mit Autogramm und nachdem ich dich mit behindertengerechten Taxi holen weisst es ist nicht so dass ich gefunden habe hey sorry kein Box ich hatte wirklich Stress ich habe auch noch ein Leben und sorry die meisten Leute haben das Gefühl wir schwimmen in Geld nein wir müssen den Arsch abackern und dann tue ich nicht gerade spuren und dann komm es mir als ob ich dein Leben zerstört habe dann schrieb du kriegst gar nichts von mir und dann hat er sich noch entschuldigt aber ich habe ihm immer noch nichts geschickt weil ich fand hey nein so musst man gar nicht kommen aber vielleicht schreibe ihm jetzt jetzt wo ich die Post runtergeladen habe schicke ihm ein Autogramm ein Autogramm Foto wo ich so mache wieso nicht jetzt schafft ihr irgendein Pressebild voll sie schicken es sogar gratis man kommt schon in Kontakt mit huren strangen Leuten oh ja im Internet huren strange darum habe ich aufgehört meine Kolleginnen und meine Familie jetzt tagen in meinen Sachen im Instagram ja weil ich einfach finde hey die haben sich das nicht ausgewählt ich schütze die lieber von crazy das ist sehr weise das ist sehr weise also man kann es glaube nicht ganz limitieren auf nur public persona im Instagram weil man hat ja auch noch privat leben und es gehört ja auch dazu es vermischt sich ja auch aber ich habe gefunden da muss man schon ein bisschen aufpassen dass man nicht dass man eine grenze überschreitet weil hey jesus wenn irgendjemand meiner schwester irgendetwas da würde ich im fall aber oi 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 da würde ich anders ausrasten aber ja ich glaube wie machst du das mit deinem Privatleben und Instagram eigentlich fast nichts mehr nichts mehr Privats ist ne 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 weil also es tue jetzt mega blöd ich habe nicht mehr so das bedürfnis das ist das eine und andererseits merke ich die Leute haben nicht so ein bedürfnis auf dein Privatleben ja also wirklich weil Anfang Jahr habe ich so ich könnte jeden Monat machen so einen kleinen Dump ja immer so was lustig was passiert ist und du interessiert die Leute eh nicht ich merke die Leute interessiert meinen Hund nicht wirklich das ist aber herzig das ist herzig aber meine Views gehen runter wenn ich ihn post darum musst halt eigentlich einen separaten Account machen für den Hund eigentlich aber das ist mir viel zu auf an sony früher habe ich das mal gehabt wo ich noch zwei hunde habe immer so postet was ich ihnen zu essen gebe und dann sind halt ultra hunden nerds auf dem Account und die lieben das Zeugs auch aber nein irgendwie auf eine Art finde ich poste das was ich gerne poste ich poste generell wenig wo bleibt ich poste viel in Story wo dann innerhalb 24 Stunden weg ist aber ja ich merke und auch Bikinifotos funktionieren bei mir auch überhaupt nicht alles was ich ja weil du siehst ja irgendwie die likes und user engagement kannst ja unterdessen alles anschauen so der Hund und mein Arsch ist einfach unerwünscht und was was ja dafür spricht weil die Leute anscheinend mir wirklich wegen Comedy Folge Freiheit und ich halt ich über 50% weibliche Followers habe früher habe ich halt viel mehr männliche Followers kann sind die kommende Sachen post mega viele Frauen halt und dann kann ich verstehen dass sie denken so Bikini do not care ja aber ich glaube das ist eben so meine momentane Auffassung mit so Privaten die Leute die jetzt auf diesem Channel sind die wollen ab und zu ein Stand-Up Video ja that's it ja und dann sage ich noch so gern also wenn es wenn es das ist wirklich noch so gern und es gibt dann auch mit der Zeit kriegst so ein feeling jetzt sind wir charlie dabei gesehen und tim und so sind wir in der formel 1 rennen in monza in monza in monza ist gerade bei mailand und am ersten tag sind trainings gesehen und jetzt jetzt sage ich es da weil es auf teil der thematik ist über eine kollegin haben wir ins paddock gedreffen also wo dann halt alle die team serie lastwagen haben und wo die interviews sind und wo die fahrer rumlaufen und so oder und ich bin wirklich ein fünfjähriger Junge gesehen dort und der happiest dude und habe Fotos gemacht und in meinem Umfeld ein paar Leute habe ich weil wenn jetzt du das posten dann wäre es gerade wieder so eine blöde flex von wegen ich bin VIP ich geiles ich bin in der garage von dem team und so und ich empfinde es auch ein bisschen weil ich denke ich für mich habe Freude und ja ich teile die mit den Leuten die ich gerne habe und schicke ich das denen und die checken wie wichtig mir das ist aber nach hausse war es so so eine flex was ist das für eine partnerschaft ist das ein werbeteal weisst du wie ich meine ah so Gedanken mache ich im Leben hast du Probleme eingeschlafen manchmal oh mein gott das sind so Gedanken die dazukommen ich gar nicht wenn ich flex dann flex ist super und ich bin aber auch wirklich zufrieden damit so und dann denke so in dem Podcast erzähle ich mega viel eigentlich privat und das muss das muss dann nicht noch anders sein und es funktioniert eigentlich auch besser und so oben ohne Fotos am Strand funktionieren doch was natürlich bei mir ich habe mal so halbes nackt Fotos gepostet und das hat extrem gut funktioniert und zwar beangstig und gut dass ich fand okay nein eigentlich hast gefunden die Pandora's Box machen wir gar nicht das schuh wir sagen immer alle weil ich wenn ich auf die Bühne gehe mir ist es halt ganz am Anfang als ich angefangen habe Stand-up Comedy machen habe ich mich immer schick angezogen vor auf die Bühne und ich gemerkt irgendwie ist das komisch eben so Ausschnitt und so die Leute schauen drauf und du merkst es dann und dann ist es so komisch und dann irgendwann habe ich angefangen Trainerhosen schwarzes T-Shirt oder schwarze Jeans schwarzes T-Shirt einfach null Ablenkung auf der Bühne es geht ja wirklich nur darum was du erzählst eigentlich und dann sagen wir immer wieder die Leute hey Leila warum versteckst die braucht doch das ein bisschen zeig doch was du hast das hilft den klicks bla 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 und mir ist halt auf der Bühne ultra unangenehm darum mache ich das auf der Bühne generell überhaupt nicht ausser ich gehe an so einen open mic schnell wenn ich draussen gewesen bin und dann habe ich das an was ich habe dann scheissegal aber so shows ist mir das unangenehm ich fühle mich dann nicht wohl und dann lasse es und dann lasse ich das auch und ich denke mir so vielleicht ist das scheisse karriere move weil andere female comedians zeigen wie mehr klicks bekommen aber schlussendlich muss mir dann einfach wohl sein dann ich denke ja komm dann mache ich ein paar bikini viertel auf instagram und bei anderen leute funktioniert das gut okay ich glaube schon dass es zusammenhängt wie wohl man sich in so etwas fühlt und ich weiss auch nicht ob es thematisch dazu passt und so weiter und so fort ich meine nikki glazer sie hat ja so den stempel und den hat sie ja gern also ich tue jetzt nicht drauf sonst hat sich das selber zu gern vom sex comic nur über sex so dann aber das auch wieder bricht mit ihren unsicherheiten wo sie hat in dem ganzen und dort verstand ich schon ihr letztes Special hat sie recht kurzes man hat in sie reine kurzes outfit also bei allen eigentlich bei allen shows hat sie knappe sachen an und dort ist dann halt wirklich so das plakative wo nachdem du dann irgendwie fünf minuten gesehen hast geht es auf einmal mehr das zu ersetzen also sehe ich dort die ganze thematik zusammen passen und andererseits gibt es dann nikki glazer ist auch einfach also erstens mal hat sie auch late night sendungen gemacht wo du eben in amerika gar nicht erzählen sie ist einfach ein ultra guter comedian sie ist glaube in ein paar noch shows wo ich wirklich ultra crazy stars mit er gesehen habe mit abstand die lustigste gesehen sie ist einfach technisch so gut dass sie sich erlauben wirklich nur über sex zu reden und und sie ist und sie ist in dem ganzen ist sie mega selbstkritisch und immer noch am weiteren arbeiten und sie sagt immer noch sie will besser werden und so ich finde sie auch sehr sehr der oberhammer sie ist ein von meinen lieblings komedien wenn nicht sogar meine lieblings female komedien ich habe mir ein bisschen vorgenommen weniger von ihren zu schauen weil ich dann auch einfach ultra perverse sachen anbringe du bist halt dann wie so ab jaja jaja du channelst dann ein bisschen und mein ultra favorit ist sowieso die chris rock das ist einfach mit das ist der erste wo ich geschaut habe und aber sie ist so bei den frauen die die allergeilste sie ist so lustig wer ist dein favorit es gibt so viel es ist immer schwierig wirklich ich kann mich so gut limitieren das kann ich nicht das ist wirklich schwierig ich habe immer das Gefühl wenn ich jemand sage dann ist es nicht gerecht weil ich andere Leute vergesse und so aber was ich effektiv sagen ist der Grund warum ich Stand-Up mache ist Michael Mittermaier mit Mittermaier habe ich mit 12 am Fernsehen gesehen und ich habe immer schon Comedy geliebt noch nicht so bewusst mit 6 habe ich ganze Otto CDS auswendig gespielt und habe Mr. Bean Sketches nachgespielt und so Klibi und Caroline habe ich gelost aber ich finde zum Beispiel Kasperli ist für mich eigentlich eine Comedy also zählt schon ein paar super funny Sachen dort drin also habe ich immer schon gerne Unterhaltung gelacht mit Sex habe ich Prinz von Zamunda gesehen und und das ist zum ersten Mal dass ich bei einem Film laut gelacht habe und zwar konstant das heisst Eddie Murphy habe ich dann schon geliebt aber noch nicht gecheckt was der sonst gemacht hat früher und dann sah ich mit 12 Mittermeier am Fernsehen irgendeine Satainshow in fünf minuten macht und und ich bin wirklich vom sofa geklagt weil ich so unglaublich lustig fand und das gefühl hatte der schwarzt für mich das ganz weird ding gesehen das ist quasi direkte kommunikation zu mir genau mit getroffen zu 100% und das habe ihm sogar im pot erzählt ah ist er schon zu gast gesehen ja da habe ich mein vater hatte eine fernsehsendung beim srf und das habe ich gar nicht gewusst ja alle möglichen leute hatten backstreet boys ersten schweizer auftritt ever das war sicher super insane und dann bin ich mal zu ihm gegangen und gesagt kennst du mich mittermeier und ja schon in der sendung gesehen und ich so ich sehe ich finde das mega lustig und dann da gesagt schwarzt ein bisschen grusig und die ganze ficken gesagt hat und so das ist abgehärtet irgendwann als comedian und ich denke so ja aber das ist ja auch teil von dem wo ich lustig finde schnauzen auf frotzen und dann hat er gefunden ja die cd ist sogar unterschrieben weißt so da zappt swiss edition hat gesagt da nimm die die ist lustiger weil das ist auf schweiz bezogen dann habe ich die gelöst und dann bin ich irgendwann aus dem cd regal die anderen entwenden und dann habe ich einfach beide gelöst und verglichen was macht er anders bei der schweizer edition als bei der deutsche und so und und ab dann habe ich das Ziel von einem solo program mehr habe ich nicht gewusst das ist einfach mit traurung gesehen irgendwann will ich ein comedy solo program wieder mit dem vater kam wenn du schon so komödie und so hat mal die platte gegeben von eddie murphy was du für geile vater sehr lang sehr komödie interessiert gesehen hat immer harald schmidt geschaut ich immer total wollen schauen und dann habe harald schmidt ist besser und dann habe ich die hälfte nicht verstanden er eigentlich auch sehr physisch und ich habe gewusst das ist der von prins von zamunda das ist ja er hero und auch so viel gross geschwätzt und so und es ist wirklich jedes zweite wort ist motherfucker und er hat eine nummer die Elvis nach macht und so die Platte hat Comedian geheißen und es ist das meiste Material von Delirious so aus ice cream und all das so und das sind so meine ersten so kontakt gesehen denen huge influence aber nicht stand up ist der Conan O'Brien gesehen weil ich alles von dem geschaut und ich habe vor allem geliebt in Interviews wo er nicht mehr zu Gast ist also wirklich ich ihn unglaublich lustig fand mega lustig dass du das wieder sagst weil ich die letzten paar Tage um Conan seine Videos mit dem Schlänz Geon Morgen das ist einfach der Geilste das ist hilarious und und dann so wo es wirklich langsam darum gegangen ist selber stand up zu machen habe ich schon Louis CK Ricky Gervais Jim Jeffries habe ich damals mega geil gefunden Bill Burr habe ich gerade so entdeckt und all das Zeugs und dann aber als ich auf der Bühne war zuerst so dirty shit gemacht und irgendwie so super dark yeah super dark humor machen und so und ich habe mich nicht wohl gefühlt und was ich immer schon geliebt habe ist Russell Howard ok kenne wahrscheinlich wenn eine clean comedy macht eh dann nicht er hat auch viele sex züge so Russell Howard doch das sagt mir aber etwas warte mal ah Achtung diese ah ja ja das ist nicht jemand wo ich jetzt schaue ja und den habe ich auch geliebt ok und das ein bisschen jack whitehall zu der Zeit und und ich habe das Gefühl so das idiotische happy chappy Ding auf der Bühne das habe ich wahrscheinlich am meisten von Russell Howard channell so und du hast das bist eher du so klein ja also mein kreatives Ziel war das eigentlich Programm von ihm jedes Mal wenn ich ein Programm erarbeite da habe ich und bin immer in eine halbe Depression und habe gefunden fuck ich kriege das nie an und dann habe ich mir zum Ziel gemacht ich schaue das immer wieder jedes Mal wenn ich Programm erarbeite und als ich beim nächsten Programm erarbeitet habe ich schon ein bisschen mehr gecheckt was er macht ich so aha dort macht er das ok ich kriege das nicht an aber ich schon mehr dahinter gesehen und mit meinem vierten dann habe ich das Gefühl für mich natürlich auf einem anderen Level aber dort habe ich das Ziel erreicht so jetzt habe ich das Programm gemacht das hat viel gut Comedian geheissen und das war für mich den Abschluss gesehen von der Geschichte und jetzt habe ich das Gefühl dass ich mich emanzipiert habe und noch mehr eigener Charakter geworden bin also bin ich schon dort gesehen weil du kannst nicht wirklich entscheiden was du als Bühnefigur bist ja ausser du wirklich eine Rolle ich glaube das ist so ein bisschen die Gefahr wenn man einen Comedian rauf und runter schaucht dann hast du wie wenn du schreibst so bisschen den Rhythmus von ihnen aber wenn du wenn du viele verschiedene Sachen schaucht dann passiert es eher weniger und ich glaube es kommt auch mit der Erfahrung man ist am Anfang eher es hilft einem ein bisschen reinzukommen vielleicht wenn man eine Imitation dabei hat wir alle schon mal jemand gesehen der am Anfang seiner Komedy Karriere steht und du hörst du weisst genau die Person liebt Louis CK du hörst es gerade Sarah Silverman Bill Burr und das fadet dann weg sobald man sich selber wie sie gefunden hat das lustige ist dass Louis CK zu der Zeit als ich angefangen war wirklich so du du gesehen und dann hast wirklich mega viele Leute gehört auch auf Schweizerdeutsch wo du wirklich gemerkt hast ah okay wir sind etwa in dem Bereich und ich jetzt was ich für mich gemerkt habe ich bin ganz weird Produkt gesehen vor meinem alten Moderations Ich so auch mein Vater weil ich früher bin ich sehr ähnlich ihm gesehen weil er moderiert Stil übernommen und ich habe das immer gesehen und so macht man das und dann schaue ich Videos vor acht Jahren und ich schwaze so ein bisschen stief weißt und dann aber nackt auch super heftig weißt du voll voll dann und dann wieder so ja und 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 dann bin ich so in meinen eigenen körper geschlüpft irgendwie ich habe dann mein eigenes Haus dabei aber ich habe immer das Gefühl ich bin jetzt so am Anfang hey ich habe auch das Gefühl ich bin am Anfang ist vielleicht gut wenn man das Gefühl immer ein bisschen hat als Künstler sowieso gibt es Atmosphäre wo du dich mehr dir selber fühlst und dann ich frage das jetzt weil ich merke ich fühle mich bei jungen Publikum speziell bei Open Mics spüre ich so ich bin voll bei mir ich rede wie ich immer rede wenn etwas daneben geht ist ok dann kann ich drauf schiessen dann mache ich mehr selber lustig dass es nicht funktioniert hat und dann wenn ich in so Atmosphäre reinkomme wie das zählt wo ich das Gefühl habe die Altersgruppe was habe ich zu erzählen die denken sich was hat ihr uns zu erzählen und mit gröss wie dem zuccolini und charlie und büs und nico wenn nico newcomer ist er ja auch aber er ist schon lange dabei also der newcomer spot kommt immer darauf an wo der newcomer spot ist wie newcomer ist dann habe ich das Gefühl ich muss abliefern ich muss jetzt der klan sein und dann wenn ich ab den bühne ging denke ich so ok wer war das wer bist du jetzt gerade die letzten 5 minuten gesehen ja weil ich dann das Gefühl habe ich muss etwas sein für die Leute die die stehen die ich nicht bin weil mich selber würden sie nicht toll finden geht dir das heute noch so oder kennst du das auch wo du angefangen zu erzählen so habe ich mich gefühlt mit 25 27 dann bin ich in irgendeine Show gekommen wo ich dachte oh mein gott da bin ich komplett falsch ja und habe dort aber nicht die Fähigkeit gehabt mir anzupassen sondern habe dann den dirtiest sex joke als closer gemacht und fünf haben sich weggeschmissen und und der rest hat gedacht 150 haben gefunden da schauen wir nie mehr was bist du für ein so und jetzt lustig gewesen habe ich eigentlich genauso umgekehrt jetzt fühle ich mich super unwohl bei open mics bei zu hippem zu coolem publikum ja und fühle mich super boomerig ich habe immer das gefühl jetzt kommt achtung ich habe eigentlich genau das anpassungsproblem habe ich dann jetzt komme ich was erzähle ich den jungen gepierceten hey hipstuff ich bin noch cool yes funky ich trinke noch den alkohopop mit euch wenn ihr Lust habt so ein cooles ich bin auch vegan alles alles fresh alles crisp alles groovy und so zum beispiel das zählt also zum bei dem beispiel bleiben ist bei der letzten tour ist mal der cenk hat er einen tag vor der premiere hat er nicht in zürich spielen da habe ich ihn ersetzt ja und dort gehe ich auf die bühne und finde ah da bin ich daheim und mache eben den ganzen Bullshit mit der grössten freude ok also dann bringe ich weiss ich welches material ich bringe sage ok das 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 dann am schluss gibt es irgendwie noch einen song und alle tanzen und ich tanze mit abstand am dümmsten und finde so yes das ist so da bin ich daheim also ich habe es mittlerweile mehr dort durch ok das ist ja eigentlich schön weil dann denke ich mir so ok weisst was vielleicht ist es auch einfach kommst noch an dem punkt wo dich an dem ort wohl fühlst vielleicht passt mir irgendwie wie gar noch nicht an es hat sicher auch damit zu tun was man selber ja was du dir selber einredest und was dann automatisch einfach wirkt ja was man selber sich sagt weil ich habe das Gefühl wenn ich bei einem open mic finde ich muss jetzt umso mehr für euch schwarzen und so dann kackt komplett ab aber wenn ich dann meine super dumme tramley joke mache wo irgendwie überall funktioniert dann funktioniert irgendwie auch dort wie sie das wie sehen und ich habe das Gefühl ich bin in unserer Zwischenphase wenn ich dann in 10 Jahren komme dann kann ich sagen so jetzt erzählt euch der Papi irgendeine lustige Geschichte ist das wie man drauf schiesst Stand-up am besten funktioniert immer ich habe mit Charlie davon gehabt weil früher wir so viele mixed shows gemacht haben jetzt hauptsächlich beide solo spielen jetzt macht halt noch das zelt und dann haben wir in Glarus haben wir mixt gehabt und dort habe ich mich zurückversetzt gefühlt wie vor fünf sieben jahren wo wir zusammen auf tour gewesen und die Hälfte vom Material habe ich eigentlich nur für ihn gespielt Backstage weil ich gewusst habe auch dort und das mega lustig und ich habe so komplett auf alles geschissen und das Crowdwork ist besser gesehen als sonst und irgendwie auch dummes Zeugs wo improvisiert hat funktioniert und das Gefühl habe ich weniger bei Open Mics zum Beispiel im Contiki jetzt gibt es es momentan gerade nicht aber im Contiki habe ich super wohl gefühlt dort habe ich das Gefühl das ist so das ist so ein environment ja mega viel ist bei Comedy im Balz entstanden weil jeder fand das ist mein home stage und nach fünf shows entschieden ich mache kein Material mehr und viel ist durch das entstanden dann haben wir einen Briefkasten wo die Leute Fragen oder Bemerkungen reingeschmissen haben und dann habe die ganze Show durch zwischen den Acts vorgelesen und aus dem etwas gemacht mega cool aber für das muss man sich wohlfühlen und irgendwie auf alles schiessen wie du sagst dann geht es eigentlich ich glaube wirklich dass es ist wenn man drauf schiesst wenn es einem scheiss egal ist darum sage ich manchmal den Leuten auch also meine Kolleginnen können immer kommen ich scheisse drauf wenn sie dabei sind aber wenn mein Vater come schauen oder irgendjemand wo ich date dann ist mir wichtig dass die denken oder die den beste auftritt von mir sehen und dann sage ich lieber so hey weiss was komm lieber nicht wir treffen uns nachher weil sonst ist es mir zu wichtig dass es gut wird und dann wird so oder so nicht gut und solange man einfach drauf schiessen dann hast irgendwie auftritt irgendeine und es ist kaum ob jemand dort 30 Leute und dann denkst scheissegal und dann plötzlich ist einfach die geilsten Gespräche mit den Leuten da ist jemand in der Pfade da ist jemand in der Wölfli der findet den Pfade geiler der andere Wölfli und dann kommt jemand von hinten füren der in der Bienen nicht lustig machen wenn du es probieren es entsteht einfach weil du drauf scheisse und einfach im Moment bist mit den Leuten und nicht denkst oh was kann ich wie kann ich noch lustiger sondern du bist einfach vollkommen da die Leute sind bei dir alle schauen dich an du schaust den Leuten wirklich ins Gesicht das ist genau das wenn es mir zu wichtig ist oder ich zu nervös bin dann schaue ich die Leute nicht mal an weil ich Angst vor den Leuten habe und dann schaue sie drüber oder ins dunkle hinter und wenn du den Leuten wirklich ins Gesicht schaust ist das etwas ganz anderes und bist da und denkst so was für ein crazy Erlebnis eigentlich und dann entsteht einfach das Geilste ich nenne es Surfen du bist ich auch immer gesagt Valerite immer und zwar es kommt eine nach der anderen und manchmal verwitscht ich eine und deshalb ich bei Soloshows habe ich das weil dort habe ich schon das safe environment wo ich finde okay die sind ja extra für das gekommen genau das hat mir nie Druck gemacht aber jetzt zum Beispiel letzte Woche haben sie als closer gemacht und dann fängt das auch schon wieder an mit meinem Kopf ficken weil ich finde sie sparen dich auf als der letzte Act und dann bekommst eine mega nette Ansage von wegen du bist schon so lange dabei so viele Shows und dann bist du so ein bisschen das heisst eigentlich vom Gefühl her kann ich jetzt nicht Neues ausprobieren ich sollte denen jetzt etwas geben weißt so in dem Stil und lieber überwäre ich einfach irgendjemand dazwischen und die Leute haben nicht mal eine Ahnung was ich mache am besten noch das Gefühl ich habe einen Dayjob und das ist mein erst Auftritt also möglich keine Erwartung dann habe ich die auch nicht und dann kommt das wieder gut so es ist so weird ich glaube das ist mir das erste Mal bewusst worden wenn ich mit dem Mittermeier in einer Show war wenn du einen Namen hast dass du wahrscheinlich noch mehr Druck hast weil ich in einer Show war noch einen anderen Neukommer und Mittermeier zu dritt Stand Up 3000 auf Comedy Central und weisst wie ich mich gefreut habe mit dem Mittermeier in einer Sendung zu sein und ich habe gedacht wow ich freue mich mega an ihm die Hand geben weisst ihm sagen wie toll ich finde und so und er ist dort und hat mich wirklich hallo und hat sich umgedreht und hat sich auf seine Sachen konzentriert und ich war enttäuscht und dachte ist der arrogant oder so obwohl alle mir immer gesagt haben das ist der wenigste arrogante Comedian der höflichste der sich ultra nett und zuvor gekommen und ich dachte das hat mich kaum mit dem Arsch angeschaut und dann nachher habe ich gemerkt er so tschüss der ist auch nervös vor dieser Show yes ja und dann habe ich gedacht okay ich bin ja nervös warum ist er nervös ich bin ja die Neukommerin die neue die schlechter ist als wir alle weil von uns erwartet niemand etwas und die Hälfte der Leute ist da weil Mittermeier steht absolut und dann habe ich gedacht okay der ist wahrscheinlich noch nervös oder einfach eine andere Art von die haben einfach eine Erwartungshaltung und die Leute haben wahrscheinlich unter dessen bei dir auch eine Erwartungshaltung in der Schweiz sicher die 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 kennen es gibt immer noch viele die nicht kennen irgendwie habe ich zum Beispiel Quatsch Comedy Club so geliebt weil wirklich einfach niemand irgendetwas von mir gewusst hat und es ist wirklich einfach ja da kommt jetzt ein aus der Schweiz und viel Spass und alle so in der Schweiz können wir nicht viel erwarten und es ist immer die geile Position von unten hoch zu spielen als irgendein erwartung zu erfüllen so oder Charlie hat das schon länger und er geht gut damit um aber er hat mir damals schon gesagt als Swiss Comedy Award gewonnen hat der Druck ist jetzt höher und das wird immer gesagt und die Leute erwarten dann schon ein bisschen so und er ist einer der in dem thrive und durch das noch viel besser wird und ich denke den so Comedian die Doku mit Jerry Seinfeld wo nach der Fernsehsendung ein neues Special erarbeitet New Hour ich weiss nicht mehr was das genau gewesen ist und er kommt an jede hundsverlocher der Kani gegen den New Yorker Kaffee und Zeugs und Sachen und es gibt einfach fünf Minuten Applaus bevor er anfängt sie klatschen fünf Minuten weil Jerry Seinfeld kommt because he has arrived genau und fünf Minuten später ist tot Stille und das sagt die Leute es ist nicht so einfach du fährst immer wieder bei null wenn du dein Material weg gibst darum ist es so einfach immer das gleiche funktioniert immer wieder zu spielen und es ist so schwierig und das Schlimme ist es funktioniert aber es hat so ein mega abnutziges Ding ja es hat den Ablauf ich mache aber es ist halt eigentlich schon nicht mehr so ich sehe in Deutschland viel mit den alt meister die 20 jahres gleich haben und dann haben sie parodien von leuten die schon lange tot sind und alle sind nicht vor sie finden es immer noch lustig und es ist immer noch komfortabler als etwas neues ist das ist wirklich anti climax gesehen also lange angehündet bei mir aber dass man mitte september noch heuschnuppe hat ist wirklich hast du noch heuschnuppe ja ich bin jetzt nicht einer von den fünf million du wärst eigentlich schon lange gestorben genau hast du eigentlich das habe ich die babi ist im fernseh gell hat also ist der fall die name tut man das schon mit entertainment verbinden oder nein hat einen anderen noch namen ja und das ist mir am anfang mega wichtig bist du bastard absolut hätte nie anders kommen mit mir sprich eigentlich hatte schon den namen von meinem vater aber als ich geboren wurde wieder gesagt nein diese dreck nein meine Eltern sind nie verheiratet gesehen und du nimmst den Namen der mutter an und am anfang ist mir mega wichtig sind das niemand weiss wenn ich beim fernseh angefangen habe beim radio ein praktikum und so und wo ich angefangen an theater spielen ist mir mega wichtig se dass die das nicht wissen und so und mit der zeit kann es nicht verhindern und dann mit der Zeit ist dann ich eine fernsehsendung gemacht fürs srf und dann ist so so habe ich dann gemerkt okay das ist jetzt mein stempel und ganz ehrlich ist wahrscheinlich besser als ein anderer stempel so also weisst weil die medien funktionieren so sie müssen irgend irgendetwas geben und dann bin ich noch froh dass du so einen von weil in Basel das habe ich vorgedenkt wenn man anfängt hat es mal eine Zeit lang hat jemand mal in einem Interview mir gesagt du machst nur Witze über Masturbieren und Durchfall hast du Witze über Masturbieren und Durchfall mal gehabt ja eben und ich habe zuerst nicht mal gepackt war aber das ist dann so da der Stampel gesehen und dann habe ich das nächste Interview mit einer Zeitung und dann sagt die Person du machst ja viel Witze über Masturbieren und Durchfall und dann habe ich gemerkt die hören irgendwie das Interview und sagen das ist es und dann habe ich sogar im Ausgang in Balzmol kommt irgendeine und sagt Pei Katoffall was soll ich machen du hast auch gerne masturbiert peiz zusammen nein kommt sie zu mir und sagt bist du der Comedian und ich so ja das ganze ehrlich ich finde ich so primitiv und ich so ah ok es tut mir leid dann ins wc reingezogen nein nein dann haben wir lange diskussion gehabt weil ich mir es ein wunder genommen so gesagt ok ähm kannst du mal beispiel nennen und sie f*** die und äh und sie keines können nennen und dann hat sich in dem gespräch heraus stellen dass sie das gehört hat und zwar von anderen leid erzählt und dass ihre meinung seh ist und ich habe gesagt hey ich lasse dich gar nicht komm mal schau gucken mach dir dein eign bild so oder und jetzt wo das nicht mehr so Thema ist der feel good comedian feel good podcast lalala das ist so meine konter offensive gesehen weil ich nicht wollte dass es dann irgendwann heisst der durchfall wichser spielt in deiner stadt also nur körperflüssigkeit eigentlich juicy comedian ja der juice comedian juicy joey wow da ist eigentlich etwas verpasst eigentlich schon sehst man sollte sich nicht drehen reden lassen du könntest jetzt der weltberühmte juicy joey sein nein aber lustigerweise das ist ja dann auch mit der zeit deine eigenen ansprüche so habe ich dann so gemerkt jetzt jetzt noch eine sexwitz auf der bühne es tut einem ja auch nur berühren wenn man so kritik bekommt wenn man tatsächlich denen auch recht gibt ich glaube wenn du 100% hinter allem stehen dann würden sie gar nicht irgendwie aber wenn du denkst okay vielleicht ist jetzt beim fünften selbstbefriedigungsjoke können wir es dann belassen es ist mir ähnlich gegangen ich habe einen Witz über Frauen Pissoir ich habe an einem festival gesehen und es hat so Frauen Pissoirs bekommen die einen Trichter bekommen als Frau und mir ist das so unangenehm gesehen dass ich nicht ich einfach nicht können ich bin dort gestanden mit 20 anderen Frauen die die Hose unten hatten und es ist mir so unwohl gesehen und ich nicht gehen ich so dringend mussten und ich mit dem Trichter nicht können pissen und ich habe einen Witz über das geschrieben und habe einen Newcomer Dingsbums was auch ausgestrahlt worden ist im Internet und meine Tante hat gesagt das sei so primitiv und dann habe ich gedacht fuck vielleicht bin ich einfach zu abgehärtet ich habe gesagt das ist ein Fotzentrichter in meinem Bit hat es Fotzentrichter geheissen und bei jungen Publikum läuft das aber Fotzent 40-Jährige oder 50-Jährige Frau ist ultra primitiv ja und dort habe ich für mich dann auch irgendwann gemerkt oh Gott meine arme Mutter die immer sehr diplomatisch gesagt hat ja du weisst ja was mir weniger gefällt aber sie hat immer das Positive gesehen und immer rausgehabt was sie lustig gefunden hat so wie mit Hunden im Positive hat zwar gerade da hingeschissen aber oh juicy Joey und auch andere Leute in meinem Umfeld mal mit Götti auch mega nett so ich habe das Gefühl du könntest mehr weisst so alles nur das und so ja hingegen mein Grossvater hat ein Sexbit von mir hat hilarious gefunden geil und hat das sehr künstlerisch weil er ist zb künstler der name von mutzenbecher ist mehr behaftet mit ihm als maler als künstler und er hat das sehr künstlerisch analytisch hat er das dann so setziert und das hat ihm sehr gefallen und so und dann habe ich auch irgendwann so gedacht man kann ja auch und das meine jetzt überhaupt nicht auf die bezogen sondern weil du vorher die vorzettrichter gesagt sondern mehr habe ich gemerkt man kann ja eigentlich alles sagen wenn man nur das da und dort so ein bisschen umtäuschelt dann geht es auf einmal auch für alle du hast immer noch genau das gleiche gesagt aber du hast nicht ein Wort gesagt zwei Wörter gesagt oder du hast es nicht so beschrieben dass die Hälfte findet oh mein Gott so äh aber ich habe mal ein bisschen vielleicht kommt es jetzt ins Programm wo ich als Junge auf einer öffentlichen Toilette meinen Vater an pisse weil ich noch nicht die Mechanik verstand und heute geht es nein ich pisse einfach nicht meinen Vater an andere Leute an der Rast steht ich bin meistens auf dem falschen WC das kommt auch noch dazu das ist schon mal das bis was such und dann habe ich früher eben hat das nie wirklich funktioniert weil ich einfach sehr grafisch beschrieben habe was dort passiert ist und dann irgendwann habe ich das ersetzt mit einer Analogie vom Gartenschlauch ja wo ich dann erkläre beim Gartenschlauch ist doch auch so vorne hast der Verschluss und je nachdem wie du drehst tue es mehr so oder es geht gerader und so weiter und so fort und dann auf einmal verstehen alle was ich gemeint habe aber meine Mutter konnte nachher auch sagen das ist lustig gesehen weisst wie war ich glaube das ist auch der Anspruch den wir ein bisschen haben weil schluss am end machen mehr jahre zum lachen bringen und sich glücklich machen und wenn die Hälfte der leute so peinlich berührt ist und dann ist wie so du kannst es als stilmittel brauchen zum schockieren wenn es gewollt ist aber wenn es eigentlich um eine andere Sache geht genau dann finde ich genau das könnte man den Anspruch haben dass man es ein bisschen anders tut umschreiben absolut und darum bei den masturbieren und durchfall hat immer mehr durchfall gestört weil ich gewusst habe das andere habe ich viele jokes darüber gemacht aber durchfall das ist ein joke und es ist nicht um das gegangen aber es klingt so wie ich erzähle einfach wie ich jeden tag auf dem topf sitze man will nicht der durchfall comedian sein irgendwie nicht nein irgendwie nicht nein egal wie das konnotiert ist nicht gut also weisst so geht rein und geht wieder raus voll nur 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 schiesstreck also weisst es ist nie gut dass der durchfall comedian nein der durchfall comedian und und viel gut ist seit der durchfall seit jemand gesagt ich habe durchfall scheisse geht es mir gut so viel besser wenn es dann wieder ist dann wieder ja ja voll also eben bei mir ist also ich will nicht Comedian sein der nur über Sex redet aber ich kann natürlich auch ich also bei mir ist es ändert der schwarze humor wo man mir einleit sagen hey da ist mein babi dann auch sehr diplomatisch so also leila der witz mit dem 11. september könnte man langsam mal in pension no oh es ist der 12. september gestern ist der mein vater ist so lustig selber er hat auch so einen schwarzen humor ich bin letztes jahr im flieger gesessen in summerferien am 11. september und als erstes ich so heute ist der 11. september und dann schreibt mir mein papi hey ist alles ok und ich so ja ich sitze im flieger und dann er so hat es Araber mein Vater ist ja hat andere Araber ich so nein noch ich und dann schreibt er glück gehabt zu ihm ganz zum heil und er hat halt auch so einen humor aber er versteht es dann wie auf der Bühne sind gewisse Sachen halt anders als im whatsapp chat mit deinem arabischen Vater ist wie so gewisse sachen sind ok zu sagen und gewisse sachen ist dann wie so wenn am ziel vorbeigeschossen was ich völlig ok finde ist wenn du sachen ansprichst ich zum beispiel ein witz über anal sex weil ich halt in meinem umfeld habe ich so viele frauen schon gehabt die sagten hey sie irgendwie den man fragt nach dem sie finden es nicht toll und ich schon so viele gespräche über das gehabt und irgendwie habe ich dann gefunden ich muss das ansprachen und ich erzähle es dann halt in ich sage nicht meine Kollegin blablabla ich erzähle es dann in der ich form und meistens ist es so wenn man sagt kollegin dann meint man sich selber wenn man sagt ich ist eigentlich kollegin und dann habe ich einen Witz über anal sex und ich merke dann einfach dass alle Frauen lachen und sogar noch klatschen und Männer sind peinlich berührt und das finde ich dann okay natürlich weil es ist dann einfach so pressure release für die Frauen und dann ist halt der Mann ein bisschen peinlich berührt und das ist dann auch okay natürlich ich meine das ist ja auch viel zu lange in komedy auf die andere seite gegangen genau das immer die Frauen genau das tut es dann genau so ist es und Frauen haben sie gefunden meine Freundin nervt so blablabla die redet die ganze seite ich kann nicht einparkieren blablabla jetzt brämmt es zurück mit der neue sex witz das ist etwas völlig anderes was ich gemerkt habe im letzten Programm hatte dass ich eigentlich so als kleine kreative challenge für mich dass ich gefunden habe ich will das Programm mit einem eigentlich pedo joke anfangen wie schaffe ich es dass ich am Anfang mit einem pedo joke anfange und für das spezifische Ding ist die Lösung gesehen dass ich es eigentlich den Leuten überlasse dass sie das denken so wo ich sage ich bin auf dem Spielplatz gesehen und Kinder beobachtet das ist das einzige was ich sage dann mache ich eine lange Pause und dann sind zwei Drescher so bisschen und ich so hat sich falsch angehört und alles was ich dann gesagt habe kann man halt auch anders verstehen muss man aber nicht so und und jetzt zum Beispiel den Sommer habe ich mega oft in Chur gespielt mit Rolf Schmid fucking legend ich liebe und es kam halt mehr sein Publikum und die ersten zwei drei Mal habe ich das gemacht und dann fand ich äh weil sie haben es zu literal genommen sie sind wirklich oft so gesehen was ist passiert auf dem Spielplatz also weisst so unschuldig die sind gar nicht da dahin und ich konnte sie so fest drauf gehen wie so versteht ihr Kinder ich Spielplatz weisst so komm zum effektiven Joke und das habe ich eigentlich auch schön gefunden dass die Leute nicht so denken die sind verschont geblieben genau aber ich bin immer der Überzeugung vielleicht auch einfach den Spielplatz ich glaube der Spielplatz ist wahrscheinlich für die meisten Leute gar nicht der Paedo Ding weil ganz viel ist für die ist die Kirche der Paedo Ding der Spielplatz ist das ein bisschen amerikanisch vielleicht also ja ist heute gerade ein Artikel raus gekommen 20 Minuten also ich bin froh dass ich nicht zu detailliert darüber Bescheid weiss aber ich glaube der Spielplatz ist so etwas amerikanisches vielleicht haben die noch nicht vielleicht musst du jetzt um dingseln also ich war früher mal Pfarrer gewesen und dann bin in der Kirche gewesen und dann sind da die Kinder gewesen und dann alle so dann wissen sie was zu reden dann auf jeden fall aber du hast den Anspruch gehabt nein aber ich glaube grundsätzlich man kann immer alles sagen man muss auf den richtigen Zugang finden sozusagen voll ich glaube das mit der Analogy wie heisst es auf deutsch Analogy ja Analogy Vergleich ich sage es kreuzfalsch Analogy ok ich glaube das ist ein mega gutes Stilmittel und je länger man schreibt desto mehr schneidet man wirklich dass man gar nicht immer so krass muss raushauen weil die meisten Leute die anfangen mit Comedy du weisst eigentlich sie werden über Sex reden immer Rassismus Sexismus es kommt wie es sind aber auch Sachen die am meisten Tabuthemen sind und am meisten eigentlich Release brauchen darum finde ich wir dürfen es nicht ganz weglassen ja weil Comedy ja ganz viele so Tabuthemen man sollte eigentlich ansprechen darum ist es wie so man muss so ein bisschen Balance finden sich nicht zu fest lizenzieren weil es den Leuten unangenehm ist aber nein nein ich ich sehe einfach ich habe mich auch schon verloren jetzt jetzt glaube ich weniger aber ich habe mich auch schon verloren drin dass ich so fest auf irgendwie Message wollte gehen und und dann fast vergessen habe ja dass für mich zumindest eigentlich Priorität ist ist lustig ja so und wenn dann noch etwas dazukommt umso besser aber für mich ist Comedy first ich finde eigentlich immer geil ja wenn man dann effektiv das nutzt dass die Leute auch hoffentlich verrecken verlachen ja so und und mit der Zeit gibt es Leute ich habe in London habe ich einen gesehen wahrscheinlich bist du auch mal mit dem auftreten oder so wie heisst du? ach ich probiere mich zu erinnern es ist ein Ami der seit Ewigkeiten in England lebt und äfff äfff äl 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 ubelle ne äh schmeckt immer ein bisschen streng so noch bin ich ihm nicht gesehen ich habe gerne mal auch sagen das limitiert sie jetzt nicht die Comedians sind bekannt dafür dass sie immer ein bisschen ja eben darum bin ich vielleicht auch nicht so ähm bin ich vielleicht auch nicht so äh näher an Leute genau nein ähm und ich bin mit zwei Kollegen gesehen und und es ist eigentlich immer so wenn wir irgendein im Ausland sind dann gehen wir noch eine Comedishogue schauen und dann ist im Top Secret ist äh 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 ein Showcase von ihm so äh so ein Tryout eigentlich ja und ich kaufte schnell online habe ich zwei, drei Sachen von ihm geschaut und dann habe ich gefunden ah ok super das wird einem anderen gefallen und der hat eine Stunde 15 die ganze Geschichte erzählt wie er und seine Frau probiert haben ein Kind zu adaptieren und es ist insane gesehen weil es ist halt wirklich top Storytelling und du machst alle Emotionen mit wow und es ist auch eine wahnsinnige Geschichte mit du brauchst mega lange bis mal quasi greenlighted wirst dann kommt das Kind ja quasi testweise und seine Frau sagt ihm ich habe keine Connection zu dem und sie gehen es wieder weg und ich könnte jetzt fast heulen wenn ich nur so daran denke es war wirklich heftig und dann sagt sie nach einer Woche fuck it I miss him wir wollen zurück und der Prozess und so weiter und so fort und dann ist ich tue jetzt spoilern am Schluss zeigt er ein fucking Foto wie sie mit dem Kind sind wow und du bist so dort und ich habe geflägt und mein ein Kollege hat geflägt und der andere ist überhaupt nicht vorbereitet auf so shit da hast du wirklich so gesehen was ist das für eine scheisse Show das kann ich nie mehr sehen und dort habe ich dann wieder mal gemerkt von der fuck der Typ hat 30 Jahre Erfahrung und der hat ein paar Sensationsjokes drin gehabt er hatte ein grossartiges Bild mit er ist eigentlich Südstaatler glaube und und sein Vater ist super vielleicht nicht Trumpy aber halt super konservativ und was weiß ich und der hat fucking Vögel gekriegt ähm dass das Kind schwarz ist was sie adoptiert haben weißt und kriegt vollkrise wegen dem und er hat er bitterus gemacht er sagt ihm lieber gerade noch dass er schwul ist und wenn er das dann wieder weg nimmt dann ist es besser weißt du so hat er gesagt er hat super Comedy dazwischen gehabt aber er hat halt auch auf der insane Story erzählt wo dir richtig ans Herz geht so oder und dort habe ich es gemerkt er macht das seit 30 Jahren er weiss genau welche Machinismen drücken zum Comedy geschehen zu lassen aber er hat halt auch noch Inhalt dahinter und sie Zeugs die ich online sah so ein bisschen Showy Jokes vom Ami in England und so wo du dann merkst okay das hat es alles gebraucht damit das dann raus kommt und das ist ja dann das Schönste aber für mich zuerst ist Comedy das Wichtiger wie sonst gehe ich Ein-Personen-Stücke schauen wo nicht Comedy drauf steht und dann wird mir die Welt erklärt also weisst ja ja also das Belehrende ja ja ich ich auch mal so eine Show sehe wo ich wirklich von der Sekunde Tränen in den Augen zu geschrauen vorlachen ja und das finde ich schon das ist schon ein Ziel von mir dass es ein bisschen so nahe an den Emotionen ist das finde ich auch mega schön aber ich glaube im Fall ja es kommt sehr darauf an was mit was für einem Ziel dass man seine Witze schreibt was nachher dabei rauskommt weil ich glaube mein Ziel ist nicht primär Comedy mein Ziel ist primär Sachen ansprechen dass sich die Leute weniger allein fühlen ja ich glaube das Ziel quasi es zum Lachen bringen ist wie so ja auch aber ich will Sachen ansprechen wo die Leute wie so finden ich bin nicht allein mit dem weil mega oft in meinem Freundeskreis wenn mal jemand etwas ausgesprochen hat wo so schlimm oder so schwierig oder so belastet und mir alle so ich auch das ist mir auch passiert das ist jetzt ganz also das ist jetzt eine richtig persönliche story aber irgendwie mit 15 oder so ich und meine Freundinnen alle zusammengesessen das ist jetzt super intim und wahrscheinlich too much ähm okay weisst du was gibt es ein Wort für Queef auf Deutsch äh äh vaginal furz frauen furz und eine von unseren kolleginnen hat erzählt hey es ist ihr etwas mega schlimmes passiert mit ihrem Freund und dann hat es so klingt wie ein furz aber es ist keiner gesehen und wir alle so what und die wo alle jungfrauen so nein das kann passieren und die und die was schon hatten sie so mir ist das auch passiert oh mein Gott ich bin die Einzige und oh mein Gott zum Glück reden wir miteinander über so intime Sachen ja und ich glaube das ist so ein Moment in meinem Leben wo wo wirklich so ja klar es ist extrem intim und es ist mega schwierig das anzusprechen aber weisst wie schlimm wenn du bis an dein Lebensende meint du bist die Einzige mit dem ausser die Person ist mein erstes Programm geschaut wo ich ein viel zu langes Bit über das kann wirklich weil ich das Gefühl hatte das ist mega lustig ja und alle im Publikum muss ich so muss das sein und eben das ist so etwas wo ich dann heute denke ah ok vielleicht hätte ich wie nennt man es schon wieder Analogy mhm Vergleich hätte ich einfach einen Vergleich bringen für das ja man könnte sicher huren lustig umschreiben und alle wissen was es ist und das wäre wahrscheinlich hundertmal lustiger als wenn du es einfach so ansprechen ja weisst doch auch nicht ich denke jetzt gerade an das Baguette im Papier wo noch so ein Luftloch hinten ist und dann wenn das Baguette wieder also wenn das Baguette wieder ins Papier reintunst dass es dann noch schnell weisst du was das war jetzt mein erstes Bild ist kein gutes aber es wäre ein Start du hast glaube viel zu viele intime Momente mit dem französischem Brot schon lange nicht mehr bist du auf die Erde oder was hast du umgestellt auf ein anderes Schweizer Brot nein nein aber ich hätte es gedacht Baguette weil es halt noch also nicht bei mir ah jetzt verstand ich was du meinst ich als Zuschauer wäre wahrscheinlich so leckig das kompliziert ich komme nicht mit ich habe dir ein Stangenbrot gedacht ein Stangenbrot aber ja ähm es hat mich mega wundert was so ist dir jetzt nochmal ein anderer Vergleich ins hinkommen nein ich glaube wir sollten jetzt beide Heime gehen und den besten Queef Joke schreiben ach Gott und dann beide treffen uns nächste Woche am Dienstag am Open Mic und schauen wäre es am wenigsten schlimm das Schlimme ist ich habe dort irgendwie 35 und 35 Jokes ja ist übertrieben vielleicht 12 oder so über das ja und habe das Gefühl gehabt das ist das Beste ever ich habe noch keinen einzigen Joke über das ich habe mal ein Gedicht über das geschrieben auch schön an einem Open Mic wo es geheißen hat man darf keine Comedy machen und ich dachte also gut und dann mache ich halt meine Comedy in einem Gedicht verstecken okay ich habe auch bei meinem zweiten Auftritt habe ich das Gefühl gehabt ich liese etwas vor es ist nicht es ist nicht wirklich Slam Poetry gesehen ja sondern es ist eine Facebook Post gesehen die ich erfunden habe und es hat so bombt wirklich es ist so nichts gesehen dann habe ich das Buch zugelappt und ich habe gewusst okay I will never see you again das ist einfach weg wir tun mega oft so Jokes ghosten gell wir denken so wow wie man ein Tinder-Date geil hey bevor du das ausprobierst denkst du so boah das wird das wird der Joke meines Lebens Genius und dann probierst du es aus und denkst never again will I see this joke schlimm ist Mark Norman sagt er weiss wie beim Basketball spielen der Moment wo der Ball deine Hand verlässt weisst du schon ja ob er in den Korb geht oder nicht stimmt er sagt er hat das auf der Bühne wenn er etwas anfängt erst dann aber ja er kann sich das vorhand hundertmal überlegen schreiben anpassen was weiß ich aber im Moment wo er den Joke anfängt weiss er schon das ist jetzt going to bomb oder das wird fliegen und ich denke ich denke mir hoffentlich tut man sich nicht selber schon beeinflussen mit dem macht man sicher macht man sicher und darum ist wirklich das wie du sagst darauf scheissen das Gefühl von Freiheit haben in dem Moment weil wenn es einmal frei geklappt hat dann glaubst dran dann kann es vielleicht zweimal nicht funktionieren und trotzdem behält es irgendwie und auf einmal funktioniert und bei anderen Sachen bist du wirklich schon so yep das war's aber es gibt auch gewisse Sachen wo wir noch nicht glauben und du merkst hey ich bin vielleicht noch nicht ready für den Joke vielleicht ist es noch zu persönlich zu deep bist du noch zu verletzt für diese Story um sie wieder zu geben und du denkst hey eines Tages würde ich das lustig machen im Moment heulen die Leute wenn ich es erzähle aber darum ich mega gerne also bei so offenen Geschichten erzähle ich einfach mal erzählen wenn mich wirklich etwas beschäftigt erzähle ich das irgendwie erzähle und weil ich jeden Auftritt aufnehme kann ich dann fünf Jahre später kann ich hören was ich damals erzählt habe auch wenn dort noch nicht Comedy drin ist ist es was dort gerade passiert ist und wie es mich beschäftigt hat und dann mit der Distanz dazu im letzten Programm habe ich 20 Minuten wie ich meinen Fuss gebrochen habe das ist vor über zehn Jahren passiert aber ich hatte dort noch Aufnahmen wie ich noch mit den Krücken in der Late Night Show alles erzählt habe bist du mit den Krücken in die Late Night Show ja hast du den ersten Auftritt gesehen nein was ist das gesehen vielleicht die zähnte oder so jesus maria wie viel wir 18 haben wir gemacht ich glaube 18 haben wir gemacht und dann bin ich so mit den Krücken drei Wochen vorher ist passiert oder so der Zuko ist nein der Jacobo ist zu Gast gesehen ich weiss nie wählen wählen nicht den Zuko kennst nein den Zuko natürlich aber Jaco Miller habe ich gemeint die gleiche Person wie die meisten wahrscheinlich auch meinen Kiko hat ja das ist der Jacobo ist der Schlenkeri ja der älter was noch schlimm den habe ich schon kennengelernt genau Kiko hat das hatte er hat gedacht Jaco Miller ist eine Person und dann sagt Victor wir sind perdu jaja 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 hat auf den Nachnamen gesagt jaja und dort habe ich ein paar Sachen lustig gesehen ein paar Sachen aber nicht aber ich habe die ganze Story habe ich dort noch super präsent gehabt gestimmt ja und die Leute sind nach Shows zu mir gegangen wie stimmt das wie kannst du zehn jahre später noch so detailliert wissen was passiert ist und das ist weil ich es erzählt habe und das ist keine Ahnung wie ich mich kennengelernt habe ich auf der Bühne drüber geredet an irgendeiner drümmeligen open mic und dann habe ich das parkiert und mit genügend Distanz sehe ich dann auch den Comedy Shit in dem und dann wächst es und was ich gemerkt habe ist wenn es irgendetwas kleines gibt das mir gefällt dass ich mir wohl viel auf der Bühne dann halte ich für eine Zeit daran fest und im Schnitt sind es so drei vier Auftritte jetzt habe ich eine Story die ins neue Programm kommt wo ich das erste Mal gemacht habe nichts und irgendwie und ich habe die Geschichte erzählt und irgendwie habe ich mit einem Schluss joke gehangelt und aufgrund von dem Schluss joke okay das palt wir jetzt mal wo ich das zweite Mal erzählt habe es dazwischen so keine Lacher aber so eine Animation vom Publikum und beim dritten Mal ist dann schon recht eine gute Story geworden so dass ich jetzt finde okay geil da haben wir drei vier Minuten so heben und ich habe mich nur an dem fest gehabt wegen dem guten joke und und habe es einfach noch nicht gefunden so und dann wird es immer klarer werden eine andere Geschichte die ich fünf jahre lang daran hatte wo ich mir gedacht eigentlich funktioniert ja sollte sie funktionieren aber irgendetwas stimmt noch nicht bis ich gemerkt habe ich muss einfach fünf oder sechs infos raus nehmen die braucht es nicht für auf der Bühne in echt ist das passiert nobody gives a shit das ist der lustige teil und dann funktioniert es wieder so lustig ja das ist mir jetzt auch gerade aufgefallen dass ich verschiedene stories von verschiedenen beziehungen die ich hatte wie irgendwie so okay der Teil ist nur lustig der rest ist irgendwie nicht lustig und ich merke jetzt wenn ich von meinem Ex Freund erzähle sind das drei personen einfach in ein Ex Freund hinein quetscht sensationell es ist wie so das sind drei personen aber es ist einfach der Ex Freund und einfach alles behalten was lustig ist und alles was uninteressant ist ich meine kann ich die gute geschichte erzählen und den vergleich zu jemandem wo du findest das kommt zum punkt ist es wirklich genau das es ist genau ja wo ich das letzte mal dort und dort gesehen bin ähm ähm wo ich schon mal gesehen bin mit ihm weißt weißt du kennst den zwar nicht aber hat eine tolle firma und mega herzige Kinder und die Kinder haben mir mal gesagt du siehst auch dick aus und ist auch lustig wie Kinder immer so ehrlich sind wo bin ich sie so und das ist genau das und das ist das gleiche ist bei gewissen Sachen habe ich ein bisschen schlechtes gewissen wenn ich im letzten Programm von einer Familienausflug erzähle und gewisse Menschen von der Familie nicht erwähnt werden und das hat nichts ist nicht persönliche Präferenz dass ich die Leute nicht mag es ist effektiv wie sie aber es geht in dem Moment nur um meine Grossmutter und jetzt meine Mutter weißt so und das ist alles ein Zeugs wo dann halt im ersten Programm habe ich zum Beispiel die Leute meine Ex-Freundin kreieren lassen wie ich fand es sind verschiedene Geschichten so und dann haben immer die Leute einen Namen gegeben Hobbys was sie schafft und dann ist die effektive Person und studiere das wieder machen im Programm also was so mit Kollegen von wie vielen Kollegen willst erzählen oder machst lieber einfach ein Kollege stellvertretend für alle genau und so weiter drum es ist eigentlich immer reduzieren es ist alles reduzieren sagen wir in einem Podcast wo zwei Stunden geht Christoph muss gehen der hat noch einen Termin beim Steuerberater das ist mega interessant beim Steuerberater ich komme vom Zahnarztag zum Steuerberater in der Schweiz ich bin gestern auch beim Buchhalter gesexiness aber sorry fürs aufhalten Christoph es tut mir leid ich finde es mega interessant und sorry aber wir sind doch schon zwei Stunden any time again danke viel mal viel spass auf der tour mit mir ich habe gesagt welche tour meinst ich dachte du meinst das zählt auch natürlich danke dass ich bei dir darf ich freue mich nervös und hoffe ich schiesse drauf absolut wir schiesse drauf vier mal volles haus drauf geschissen drauf gescheissen muss ich mir auch sagen ja danke viel mal Christoph alles liebe und bis bald peace eu wie sind is eti Moon daar v Vielen Dank.